Valar Morgudes, herzlich willkommen zu den besten Folgenbesprechungen der Welt, zu der Serie, die da heißt. House of the Dragon. Hallo Jonas, schön, dass du da bist. Was machen wir heute? Sag's bitte auf schwarzfeldig. Wir besprechen heute ein bisschen die neunte Folge von House of the Dragon. Machen wir das? House of the Dragon, ja, das machen wir. Spock? Rockseuche. Wir recherchieren viele tolle Hintergrundinfos aus den Büchern, aus das Lied von Eis und Feuer, aber auch Feuer und Blut und Westeros und wie sie da alle heißen. Wir gucken in Karten, was ich diese Folge sehr oft gemacht habe, denn George R.R. Martin hat mal die Karten von Westeros veröffentlicht und auch von seiner gesamten Welt. Da ist auch eine Stadtkarte von Königsmund dabei, habe ich mir alles genauer angeguckt. Wir versuchen etwas Filmwissen mit einzustreuen, ein paar Memes sind unsere albernen Selbst. Schön, dass du wieder da bist, hier im Studio, Jonas, mit drei negativen Corona-Tests, offiziell. Hundertst negativen Corona-Tests. Schön, dass du wieder da bist und heute stellen wir folgende Fragen. Warum verwest Viserys nicht? Welches Haus ist schwarz, welches ist grün? Warum hängt man Verräter innerhalb des Roten Bergfrieds? Wie kriegt niemand, oder wieso kriegt niemand Käpt'n Sauerkrauts Aggressionsproblem in den Griff? Was haben sie da aus der Figur Alicent und ihren Füßen gemacht? Warum endet die Folge nicht, bevor Rhaenys Malaria bekommt? Und lieben die Showrunner Rhaenyra und die Schwarzen vielleicht ein Müh zu sehr? Ja. Und am Ende reden wir darüber, ob wir die Folge toll fanden oder ob wir entgegen aller Meinungen im Internet wirklich der Meinung sind, dass diese Folge eine Enttäuschung ist, wie es wahrscheinlich im Titel zu dieser Folgenbesprechung bereits angedeutet wird. Das alles erfahrt ihr in den nächsten Stunden. In den nächsten zweieinhalb Stunden. Intro ab. Ja gut, Jonas, Folgenbesprechung... Was war das? Das ist einfach aus mir rausgeplatzt. Ich wollte das wieder ein bisschen witziger machen als sonst. Eine Spoilerwarnung geht hier raus an... Das war mein Versuch, deinen Dialekt nachzumachen, aber das... Das war grandios gescheitert. Jämmerlich gescheitert. Eine Spoilerwarnung an dieser Stelle. Wir haben immer das übliche vorgeplänkelt. Weil das muss aber auch sein, weil wir tatsächlich immer wieder Leute hier haben, die das zum ersten Mal hören, diese Folgenbesprechung. Wir sprechen heute über die neunte Folge und zwar bis zum Ende. Das heißt, wir spoilern diese Folge und erwarten auch, dass man die ersten acht Folgen House of the Dragon gesehen hat. Wir werden aber nichts zu dem, was noch passieren wird in der Geschichte, was in den Büchern auserzählt wurde, spoilern. Wir erwarten allerdings auch, dass man Game of Thrones gesehen hat oder keine Berührungsängste hat, was das Spoiler angeht. Die nächste Folgenbesprechung zu House of the Dragon wird, ich will nicht sagen die letzte, aber eine besondere sein. Es wird nämlich zu der zehnten Folge, das große Finale und es wird wahrscheinlich am Mittwoch kommen. Ja, und sie wird vielleicht 24 Stunden lang gehen. Ja, wahrscheinlich. Nee, wir können jetzt nämlich offiziell bestätigen, viele Leute da draußen waren verwundert, als ich es mal in den sozialen Medien auf unseren Social Media Kanälen gedroppt habe. Wir haben uns mit Funk geeinigt. Wenn ich geeinigt sage, meine ich damit, dass wir tatsächlich zusätzliche Folgen obendrauf produzieren werden, nämlich sechs Stück, um sechs weitere Folgen, das war auch mein Versuch, dich nachzumachen, um sechs weitere Folgenbesprechungen zu drehen. Ich freue mich einfach so sehr. Zu der gesamten Staffel wird es quasi eine Staffelbesprechung geben. Wir werden eure Kommentare kommentieren und beantworten eure Fragen zu der Welt von Eis und Feuer. Wir werden unsere beiden Lieblingsfolgen besprechen. In der Zeit wird ja irgendwann auch The Rise of the Dragon rauskommen. Das neueste Buch von George R. R. Martin, das er herausgeben wird, das aber keine, also die Geschichte nicht in irgendeiner Form weiterspinnt, sondern es wird ein enzyklopädischer Band. Das war schon eher mein Dialekt. Das stimmt. Was genau, wie genau, was in dem Buch erzählt wird und was es da Neues an Infos gibt, das wissen wir selber noch nicht, weil das Buch noch nicht bei uns angekommen ist. Es ist noch nicht frei verfügbar, aber das kommt jetzt bald. Darüber werden wir sprechen. Und was die sechste Folgenbesprechung sein wird, die zusätzliche, habe ich schon wieder vergessen. Ist aber auch furcht. Das wird übrigens alles, wird es alles on top geben. Also, das heißt, es wird ganz normal mit Specials, Kritiken und Podcasts weitergehen, aber noch zusätzlich sechs Wochen lang ein zusätzlicher Upload pro Woche erscheinen. Absolut. Wahrscheinlich mittwochs. Wahrscheinlich mittwochs. Immer. Aber folgt uns am besten auf Instagram, da teilen wir immer die Wochenübersicht, welche Videos kommen. Abonniert Cinema Strikes Back, dann verpasst ihr das auch alles nicht und schaut euch auch gerne mal. Weil letzte Woche ist eine Folge für eine Handvoll Donuts bei uns auf dem YouTube-Kanal erschienen. Das ist ein Herr-der-Ringe-Quiz mit Maurice von Mythen aus Westernis gegen Jonas, also unser Herr-der-Ringe-Crack. Wobei du ja, das ist immer, ich finde es immer ein bisschen unfair, weil bei dir ist es so krass, du beschäftigst dich ja auch mit Game of Thrones und bist da ganz fit. Herr der Ringe, wobei das sind schon so die zwei, in Witcher kennst du dich sehr gut aus. Du bist aber ein fucking Nerd, das muss man einfach mal sagen. Und ich liebe es. Dankeschön. Und ich liebe es. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung, mich mit irgendwelchen riesigen Universen, Fantasy- und Sci-Fi-Universen auseinanderzusetzen. Es macht schon eine große Menge Spaß. Aber die Sache ist, Maurice von Mythen aus Westernis ist natürlich der Herr-der-Ringe-Crack schlechthin. Aber wer gewonnen hat, das werdet ihr dann im Quiz erfahren. Absolut. Unsere Photoshop-Aktion von letzter Woche war äußerst erfolgreich. Das ist wirklich, wirklich geile Einsendungen. Habt ihr an unseren Instagram-Account geschickt oder auf unsere privaten Accounts oder per E-Mail. Hier an dieser Stelle ein Sorry an alle, die nur zuhören. Wir werden sie einblenden, aber wir werden sie ebenfalls zum Beispiel in unseren Story-Highlights auf Instagram veröffentlichen. Das heißt, auch wenn ihr das hier ein Jahr nach Veröffentlichung oder sowas hört, geht einfach mal auf unseren Instagram-Account, äh, at cinemastrikesback, da werdet ihr sie sehen. Ich hab zum Beispiel dieses wunderschöne Bild mitgebracht. Das letzte Abendmahl, nenn ich's mal, von, äh, at oldnerdoriginal. Am meisten mag ich, äh, am meisten? Am meisten? Am meisten mag ich... Am meisten. Am meisten, Morgi. Lady, Lady Iphys sind darin. Warum geht's bei mir immer über ins Bayerische? Ich weiß es nicht. Ich versteh's auch nicht. Dann auch, ähm, das hier von Yuko mit fünf Personen nebeneinander. Alperion, Jamon, Xenira, Viserius und Patrion. Ich find Marius irgendwie am besten darin. Ähm, dann haben wir hier noch drei von Fabien und, äh, diese Zeichnung sogar von, äh, Laura Art. Und, ähm, ja, das Beste zum Schluss. Hier das von Nikita. Weißt du, welches ich meine? Das, äh, ich zeig's dir einfach mal ganz schön. Ach so, das, ja. Natürlich, okay. Brauchst gar nichts zu, brauchst gar nichts zu sagen. Danke. Und noch eine Überraschung. Unser Kameramann und Cutter Patrick hat uns in eine Szene der Serie hineingetrackt. Ach, echt? Nee, hat er nicht. Wir gucken, wie er guckt, wenn er das erfährt. Der Blick war, der Blick war ein bisschen schockiert. Das war natürlich nur ein kleiner Scherz am Rande. Hast du Kommentare mitgebracht zur letzten Folgenbesprechung? Ja, klar. Dann, ich hab auch ein paar Richtigstellungen. Sollen wir das einfach abwechselnd machen? Ja. Okay, hau raus. Ähm, Finlay Shins hat geschrieben. Was? Finlay Shins? Shins. Shins, okay. Ja, äh, Darren wurde tatsächlich nicht aus der Serie gestrichen. George R. R. Martin hat in seinem Blog bestätigt, dass es für Staffel 2, dass er für Staffel 2 gecastet wird, wurde. Und dass er gerade als Mündel in Old Town Alsace ist. Sie hatten offenbar keine Zeit, ihn in Staffel 1 noch mit einzubinden. Das sehen wir ja in dem Intro diese Folge, auf das wir noch zu sprechen kommen werden. Genau, wir haben ja letzte Woche schon gesagt, okay, Darren haben sie scheinbar aus der Folge rausgeschrieben, äh, aus der Serie. Ähm, ja gut, das können wir jetzt offiziell dementieren. Ja. Bin ich mal, aber ich bin trotzdem gespannt, welche Rolle er da noch spielen wird. Ähm, und ob das dann nicht so irgendwie so aus der Luft gegriffen wirkt, wenn er dann nächste Staffel irgendwie wann austraucht. Man muss ja auch dazu sagen, dass George R. R. Martin nicht in der, also in der ersten Staffel nicht an den Drehbüchern mitgearbeitet hat, aktiv. Und, ähm, der hatte dafür einfach nicht die Zeit, meinte er. Ob er das dann in der zweiten Staffel tun wird, das, äh, muss man dann noch abwarten. Und, ja. Wir sagten auch letzte Folge, dass Aegon seine Kids noch nicht hat, weil man sie nicht sieht. Und, das haben wir gesagt, da hat Aegon ja mit Jaehaerys und Jaehaera und Maelor drei Kinder mit seiner Schwesterfrau, bestes Wort der Welt. Ähm, ja, aber Helena spricht bei Alicent ihre Kinder an, also hat Aegon zumindest die Zwillinge schon mal, beziehungsweise, ja natürlich, Maelor ist ja noch nicht da. Ähm, in Feuer und Blut wird zum Beispiel auch erzählt, ein kleines, aber nettes, wichtiges Detail, dass, ähm, Helena jeden Abend ihre Kids zu ihrer Oma bringt, also zu der Oma der Kids bringt, also zu Alicent. Ähm, genau, zu Jaehaerys und Jaehaera kommen wir aber noch, diese, diese Folge. Ja. Chicken Burger 1997 hat geschrieben, mich würde sehr interessieren, wie ihr die Folgen immer schaut. Habt ihr ein Ritual montags um acht mit Game of Thrones Kaffeebecher und Stark-Kuscheldecke? So stelle ich mir das vor. Nee, also ich guck sie drei Tage vorher, Donnerstagabends. Ja. Einmal zum Genuss, weil wir sie vorher sehen dürfen. Allerdings jetzt das Finale nicht. Also das ist, ne, das Finale müssen wir wie Normalsterbliche gucken, aber wir haben tatsächlich, ähm, von HBO-Warner die Erlaubnis, die, ähm, die Presseversion davon. Also ich hab dann zwar so ein riesiges Wasserzeichen im Bild, aber das kann ich dann irgendwie nach zwei Minuten nicht mehr ignorieren. Ähm, also da steht dann so mein Name. Und die E-Mail-Adresse, das springt auch immer so hin und her. Damit man weiß, wer es geleakt hat, falls es jemand leakt. Man hat auch nur die Möglichkeit, das zweimal anzuklicken, aber es ist tatsächlich so, dass ich das erste Mal immer mit sehr viel Genuss Donnerstagabends das gucke und dann immer, ähm, es sprudelt dann schon eigentlich aus mir heraus, aber ich muss dann meine Klappe halten. Ja. Und montags acht Uhr wird auch ein bisschen spät, weil theoretisch muss ein bisschen früher anfangen, sonst klappt das mit der Vorbereitung auch nicht so gut, weil, wissen vielleicht viele nicht, es dauert auch ziemlich lange, so eine Folgenbesprechung vorzubereiten, also mindestens so ein Tag. Das stimmt. Ich hab keine Richtigstellung mehr, das heißt, du kannst sofort mit dem nächsten Kommentar weitermachen. Okay, ich hab einen bisschen längeren Kommentar, den fand ich aber sehr interessant. Yasmina hat geschrieben, ich bin examinierte Altenpflegerin und seit 2010 Hospizfachkraft. Mich hat diese Folge stark bewegt und beeindruckt. Also die Folge mit Viserys. Der Sterbeprozess von Viserys wurde über die Comparative-Folge so realistisch dargestellt, gerade die Geräusche, zum Beispiel sein Atmen, haben mir Flashbacks hervorgerufen. Ihr fragt, wie wir die Optik empfunden haben. Ich habe zwar keine Menschen gepflegt, die an Lebra erkrankt sind, aber auch Menschen, die an einer schweren Krebserkrankung leiden, können teilweise so zerfressen und abgemagert aussehen. Dass sie in seinem Schlafzimmer Duftkerzen aufgestellt haben, auch ein interessantes Detail, denn das Sterben riecht zum Teil oft sehr unangenehm. Die Folge hat einfach alle Phasen des Sterbens, den Verfall, das Verwirrtsein, die Klarheit, das Aufbäumen, die Unruhe und das Loslassen. Die letzte Szene von Viserys, wie er die Hand hebt und am Ende eine Tränefluss, habe ich schon so oft erlebt. Ganz, ganz, ganz großes Dankeschön für diesen wundervollen, tollen Kommentar. Ja, ganz viel Liebe geht hier raus an alle Pfleger und Pflegerinnen, auch in der Hoffnung, dass da endlich mal was an der Bezahlung gewässert wird und an den Zuständen. Danke, also wirklich großartiger Kommentar. War ein interessanter Kommentar. Muss allerdings auch gerade dann denken, in der Szene, in der Otto Viserys den Milk of the Poppy, den Mohnblumensaft, verabreichen möchte. Ich glaube, ich habe da ein Meme gesehen, ich kann es gerade nicht bestätigen, ich glaube, die haben vergessen, der hat da wieder beide Arme. Ich glaube, das war so ein Continuity-Fehler, das nur so als kleiner Funfact. Okay, musst du mal reinstecken. Ja, sehr gerne. Der Titel der Folge ist Der grüne Rat. Wir sehen den grünen Rat ja auch in dieser Folge. Dieser Rat wird nämlich Rhaenyra als Verräterin ausrufen und Aegon, als Aegon den Zweiten, auf den Thron setzen. Und ja, es war, ich habe nochmal nachgeguckt in Feuer und Blut, es war Großmeister Munkun, der in seiner wahren Geschichte den Rat so benannt hat. Die absolut wahre Geschichte, ohne Lügen. Ganz genau. Und auch interessant, die nächste Folge heißt The Black Queen im Englischen, also im Deutschen wahrscheinlich die schwarze Königin. Und ja, das ist, also das heißt, diese Folge tragen wir grüne Shirts und nächste Folge dann wahrscheinlich schwarze. Keine Shirts. Das wäre auch gut. Regisseurin? Claire Killner. Claire Killner. Die hat ja schon zwei Folgen inszeniert in dieser ganzen... Folgen vier und fünf. Würdest du auch gern Killner heißen? Ja, klar. Auf jeden Fall. Drehbuch? Sarah Hess. Hat auch schon Folge sechs geschrieben. Richtig. Auch interessant. Und... 100 Punkte. Editor? Das hab ich jetzt... Jetzt hast du mich auffahren lassen. Nee, nee. Keine Sorge. Kostümdesigner. Normalerweise reden wir dann nur über die Posten. Aber mir ist was aufgefallen. Schon in Folge vier hätte es uns auffallen können. Jetzt ist es mir erst in dieser Folge aufgefallen. Der Editor, also derjenige, der das hier zusammengeschnibbelt hat, heißt Crispin Green. Echt? Crispin Green? Der heißt Crispin Green. Boah, aber das ist fast ein Zufall. Naja, ich glaub, dieser Gag mit Sir Crispin von Daemon war so ein kleines Easter Egg vielleicht. Ja, und ich mein, aber dass Green sein Nachname ist, ist dann auch... Dann stopp, daran hab ich noch nicht mal gedacht. Wie geil ist das? Lass mich das mal kurz googeln, ob das jetzt nicht nur irgendwie so ein... Nein, der heißt wirklich so. Crispin Green hat auch gearbeitet an Doctor Who und auch schon an Game of Thrones. Also an der Originalserie. Und das Witzige ist ja, dass Matt Smith ja auch schon den Doktor gespielt hat. Stimmt. Deshalb kennt er den vielleicht. Ja. Und vielleicht war das auch so quasi so ein improvisierter Joke. Kann sein. Weil er gewusst hat, der Crispin Green, der schneidet das. Den kenn ich doch noch von früher. Aber in welcher, das war nicht Folge 4, das war vorher, oder? Ja. Mit dem Drachenei. Weißt du noch, in welcher Folge das war? Das war, glaub ich, die zweite Folge. Muss das 2 gewesen sein, ne? Ja. Ja. Aber trotzdem, das ist nur ein kleiner Easter Egg, der mir aufgefallen ist. Ja, über allem steht in dieser Folge die Suche nach Aegon, Captain Sauerkraut. Und eine Szene mit Füßen. Und Rhaenyra auf ihrem Drachen. Ich würde mal gerne die Leute ... Rhaenys. Rhaenys. Rhaenys, natürlich. Rhaenys. Ich würde gerne mal die Leute dazu aufrufen, dass sie kommentieren sollen, ob sie auf Seite schwarz oder Seite grün sind. Also schreibt's bitte gerne mal auf YouTube unter die Kommentare. Oder, ich hatte schon wieder einen lustigen Aufruf. Er findet einen Drachenwitz. Ein Drachenwitz? Ein Witz mit Drachen. Hast du ein Beispiel, oder war das absolut spontan? Ich habe natürlich ein Beispiel, Jonas. Gehen ein Schwarzer, ein Grüner und ein Drache in eine Bar? Ja. Fragt der Barkeeper, was möchtet ihr? Ich gebe auf. Ich bin total blank. Ich habe keine Ahnung. Roast Beef. Roast Beef, ja. Sollen wir einfach in die Frage laufen? Gehen wir ganz weit weg von dieser Situation. Ja, auf jeden Fall. Lass mal schwätzle. Ja, HBO, das Logo. Ja. Ich habe natürlich wieder einen HBO-Funfact mitgebracht. Also ich habe einen richtigen Funfact und einen einfach ... Ah, interessant. HBO steht übrigens ... Was machst du jetzt als erstes? Das ist den Quatsch. Den Quatsch, okay. HBO steht auch für hessische Bauordnung. Ja. Okay. Und jetzt kommt der richtige. Homebox Office oder sowas, ne? Ja, Homebox Office, genau. Und der Gründer von HBO ist Charles Dolan. Der gute Mann ist inzwischen 96 Jahre alt. Hui. Und soll eine Net Worth von 5,6 Milliarden US-Dollar haben. Krass. Und er hat Viserys in der achten Folge gespielt. Nee, genau. Nee, aber krass, 96, das ist wirklich ein stolzes Alter. Mhm. Und ja, nee, cool. Danke für diesen HBO-Funfact. Wir starten in das Intro. Und alle, die aufmerksam das Intro verfolgen, wie wir es tun werden, gemerkt haben ... Heute geht's richtig ab. Heute geht's aber mal sowas von rund. Zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt. Erst mal ist ja alles wie immer. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Das Blut fließt von Aegon wieder zu seinen Schwesterfrauen, dann zu dem Wappen, das wir für Maegor halten. Vermuten, dass das am wahrscheinlichsten ist. Oder Aenys, ja. Oder Aenys. Danach geht's wie immer zu Jaehaerys, dem alten König, und seiner Schwesterfrau, Alisann, und den vielen Kindern, von denen ja leider viele auch gestorben sind. Baelon und Alyssa kommen danach. Die Eltern von Daemon und Viserys, wenn ich mich nicht irre. Und dann geht's zu einem Wappen mit einer Krone, das mit Blut überfüllt wird. Und wir haben es letzte Woche ja schon vermutet. Werden wir Viserys in diesem Intro sehen? Und werden wir sehen, wie dieses Wappen, dieses runde Ding mit Blut gefüllt wird? Antwort, ja, damit ist bestätigt in diesem Intro, Viserys ist tatsächlich gestorben. Und ich find, das ist auch wirklich so was sehr Erstaunliches an House of the Dragon, dass selbst im Intro noch so was für die Handlung relevant ist, erzählt wird. Weil ich halt instinktiv wusste, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hatte schon bei Folge sieben oder so gedacht, okay, jetzt ist Viserys wirklich mal langsam. Wie lange geht das noch? Und jetzt wissen wir aber durch dieses Intro wirklich, tatsächlich, das war seine Todesszene in Folge 8. Hier auch noch mal das größte Lob, das man einem Schauspieler so geben kann an Paddy Considine. Ja, ich werde auf jeden Fall, genauso wie ich Millie Alcock und Emily Carey vermisse in den Rollen von den jungen Alicent und Rhaenyra, werde ich auch Paddy Considine einfach wahnsinnig vermissen. Ja, gerade nach der letzten Folge. Das war wirklich noch so ein letztes großes Aufbäumen. Ja. Und der hat einfach einen super Job gemacht. Ja, absolut. Dem müssen wir mal ein Bier ausgeben, Alper. Ja, nächste Woche ist er hier in der zehnten Folge. Nee, leider nicht. Schön wär's. Schön. Ähm, genau. Das Blut fließt von Viserys aus weiter zu einem hohen Turm mit einem siebenzackigen Stern dahinter. Das kann man wohl sehr sicher sagen, ist Alicent. Denn von Alicent aus, ne, also das Blut führt von Alicent und Viserys, dann gibt es vier Abzweigungen, nicht drei. Und damit wäre halt auch schon Darren vorweggenommen, das vierte Kind von Alicent. Ähm, wir vermuten, dass, ich bin mir sogar relativ sicher, dass dieser obere, dass das obere Wappen, dieses, dieser Becher, wie nennt man das, dieser Cake, ähm, dass das wahrscheinlich Darren ist, der gerade in Alcers verweilt. Und Mundschenk ist, man passt ja dann auch. Ja. Und, ähm, dann sieht man die drei da unten, das sind halt die drei Kids, die wir kennen, die ja auch schon relativ alt sind. Ähm, das, das, das rechts, dieser blaue Saphir, das ist sehr wahrscheinlich aimend, aber ich will jetzt auch noch nicht erklären, warum. Es hat seine Gründe, ja. Es hat seine Gründe. Lass uns nur so viel sagen, wir sind uns sicher. Ja. Äh, ganz links hingegen ist eine Spinne. Und ich mein, die Spinne ist ja so ein bisschen das Ding von Helena. Und auch in dieser Folge wird sie auch so ein Spinnending, äh, äh, sticken. Ja. Ähm, und das in der Mitte. Ich find dieses, dieses Sticken, ich find das jetzt so ein richtiges Burgfräulein-Ding. Auf jeden Fall. Ja. Hast du das schon mal gemacht? Nee, meine Freunde haben das gemacht, dann hab ich sie immer das Burgfräulein genannt. Oh Gott. Ähm, ja, wir hatten das mal in der Schule. Auf jeden Fall, ähm, ist dann in der Mitte ziemlich sicher, da sind wir uns auch eigentlich sehr sicher, ist das Aegon. Mhm. Ähm. Weil auch dieses Symbol und Helena sind auch verbunden. Genau. Die zusammen die Blutlinie, die beiden sind ja verheiratet und zeugen ja Kinder und dann gehen wir da gleich weiter. Aber, ähm, was genau Aegons Wappen sein soll, kannst du dir das denken? Da ist so eine Frau vor so einer ... So eine nackte Frau. Also ich ... Von einer Eichel? Also nicht einer, nicht Peniseichel, sondern, äh, von einer ... Das ist so witzig. Das wär weird, aber vor so einer Eichel halt. Ja. Ähm, oder was soll das sonst sein? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es einfach nur ... Die haben noch so einen Hintergrund gebraucht für die nackte Frau. Ja. Und dann ... Also, ich mein, im aller, aller, allerersten Moment dachte ich, ähm ... Ach so, jetzt versteh ich echt erst das mit dem Mundschenk und dem Glas, was du eben meintest. Das hat wirklich bei mir gedauert. Das hat auf jeden Fall gedauert. Ja, da hast du natürlich absolut recht. Aber, ähm, dass, ähm, ich dachte erst ... Im aller, allerersten Moment dachte ich, ah, da oben ist Aegon. Mhm. Ähm, weil er halt gerne trinkt. Aber, nee, Aegon ist definitiv der in der Mitte. Denn dann gibt es von, äh, Helena und Aegon aus zwei, drei weitere Blutspuren, die zu ihren Kindern führen, nämlich Jaehaerys, Jaehaera, die Zwillinge. Und ... Weißt du auch, warum die da Hände hingemacht haben? Weißt du's? Ja. Erzähl. Äh, Jaehaerys hatte sechs Finger an der linken Hand. Oh, krass, das wusste ich gar nicht. Ja. Ja. Ich konnte das leider nicht so gut erkennen. Ja. Weil die Qualität auch nicht immer so ganz gut ist. Aber warum hat Jaehaera denn eine Hand? Also, ich mein, es ist klar, dass die beiden ja gleich sind. Ja, das war wegen Zwillingen, ja. Und vor allem, weil es ist halt auch zweimal dasselbe wegen Zwillingen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob auch hier in dieser Serien-Lore, ob er auch sechs Finger hat an der linken Hand. Aber deshalb vielleicht die Hand. Aber wenn eine Serie diese Detailverliebtheit zeigt, dann ist es ja eigentlich House of the Dragon. Ähm, und dass es zweimal dasselbe Symbol ist, passt natürlich auch zu den Zwillingen. Ja. Ähm, was genau da bei May-Lore ist, konntest du das erkennen? Nee. Das dritte. Das war so unscharf. Das war zu unscharf, das ist sehr schwer zu sehen. Dann fliegen wir ebenfalls in der Unschärfe, nur ganz leicht zu erkennen. Okay. Was ja May-Lore heißt, und wir haben auch noch einen Maegor. Ja, natürlich. Es wird immer komplizierter, weil, ne, wir haben noch einen Jaehaerys jetzt. Mir ist ja auch was aufgefallen. Also, durch ein Meme, online hat jemand, ähm, also, ich mein, dass George R.R. Martin immer wieder bei der Menge an Figuren, dass sich Namen doppeln und, äh, auch teilweise innerhalb derselben Storyline doppeln, dass wir jetzt auch in dieser Geschichte wieder zwei Aegons haben. Ähm, den Älteren und den Jüngeren. Da hat jemand so ein Meme gepostet mit, äh, gebastelt, wo George R.R. Martin oben irgendwie so einen Block in der Hand hat oder sowas. Dann steht darüber, wenn George R.R. Martin sich Namen ausdenkt, dann steht da erst Damon. Und dann denkt er so nach, dann streikt, dann nimmt er das D und packt es hinten dran und dann steht da Aemond. Und das ist mir noch nie aufgefallen, wie nah die Namen Damon und Aemond eigentlich, eigentlich sind. Weil ich dachte halt immer an, ja, Damon, Daeron, oder Aemond, Aemon, Aegon. Gibt's ja alle, aber Aaron. Ähm, genau. Und wir fliegen dann über ein Wappen. Das erkennt man auch nur so in der Unschärfe. Das ist aber ziemlich sicher dieser, dieser geflügelte Helm von, äh, Damon. Ja. Denn, äh, von diesem Wappen führt auch eine Blutlinie zu Rhaenyra. An deren Wappen fliegen wir auch vorbei. Aber während wir vorher so sehr, immer sehr zentral auf hier drauf waren, fliegen wir diesmal nur vorbei. Und dann landen wir bei zwei Wappen umgeben von diesem Turm. Ja. Ja. Und wer ist das? Was glaubst du? Äh, ich war voll verwirrt, weil ich's erst nicht wusste. Aber jetzt ist natürlich klar, das sind die Kinder von den beiden. Ja, absolut. Also, Viserys und Aegon, der Jüngere. Ja. Also, Viserys, der Jüngere, und Aegon, der Jüngere. Ja. Absolut. Und, äh, die haben natürlich, ähm, jetzt im Intro, ähm, Jace und Luke und Joffrey rausgelassen. Ja, absolut. Weil einfach der Intro-Track zu kurz ist, um das alles abbilden zu können. Weil es zu viel, zu viel, äh, ja, zu anspruchsvoll ist, alle Figuren hier abzubilden. Und damit starten wir im Roten Bergfried in verschiedensten Räumen. Ähm, Alicent und Otto erfahren nämlich vom Tod des Königs. Wir sehen aber erst den Thronsaal, den Burghof, den kleinen Rad, die Gänge, alle Räume sind leer, die Musik ist sehr bedächtig. Ich find die Musik wundervoll in diesen Szenen. Man hört ja auch, dass es Klaviermusik ist. Und wenn Klaviermusik in Game of Thrones kommt, weiß man, okay, da passiert irgendwas Besonderes. Shit's about to going down. Ja. Shit's about to go down. Ja. Ich mochte aber auch total die Stimmung, die da transportiert wurde. Also so ein bisschen was Melancholisches, auch so die Lichtsetzung, alles ist so leer, verlassen. Ja. Und dann dieser einsame junge Diener, der dann in die Küche geht. Und dieser Junge erzählt Talia etwas. Vermutlich, also wir wissen es, dass Viserys gestorben ist. Wir wissen ja aus der letzten Folge, dass Talia eine Spionin von Miseria ist, von dem Weißen Wurm oder Misere, die wahrscheinlich auch in irgendeiner Form mit Damon wahrscheinlich noch verbandelt ist. Ja, und dann erfährt Alison von dem Tod ihres Ehemannes. Und sie trauert. Und wir sehen schon hier, also das ist ja auch etwas, was sich durch die letzten Folgen gezogen hat. Und auch hier wieder so ist, Alison ist wirklich bestürzt über den Tod ihres Mannes. Ja. Und im Buch, in Feuer und Blut, ist es so, dass sie eher ... Also ich war mir ... Man ist sich eigentlich nie hundertprozentig sicher, ob sie ihn jemals überhaupt so richtig geliebt hat, würde ich mal vorsichtig sagen. Es gibt immer, die Vermutung steht immer im Raum, dass sie das nur für die Macht gemacht hat, dass sie von Anfang an den Thron irgendwie im Blick hatte, dass sie immer als von ihrem Vater ausgenutzt wurde oder halt dann auch selber angefangen hat zu intrigieren und eventuell sogar was an dem Tod von Viserys, ja, dass sie was damit zu tun hat. Ja, nämlich in Feuer und Blut wird auch beschrieben, dass man auch annimmt, dass ein Diener dem König Hippokras vergiftet gegeben hat. Ja. So ein Honigwein ist das. Ja, so ein stark gesüßter Gewürzwein. Ja, sowas. Mal nachgucken, was das ist. Sowas, ja. Und vor allem, also da ist halt auch, die Vermutung steht halt auch im Raum, dass die Grünen eventuell, selbst wenn sie mit dem Tod jetzt nichts zu tun haben, dass sie aber von Anfang an irgendwie gesagt haben, das ist nämlich auch wirklich krass, dass dieser Diener eben nicht herumschreit, also auch in dieser Folge, sondern dass er halt erst mal im Stillen Otto und Alison Bescheid sagt. Das ist ja auch schon sehr krass. Ja. Ich hab noch eine kurze Frage an dich, so zeitmäßig, wann spielt das? Weil ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das Ende der letzten Folge, wenn halt Viserys stirbt, dass das quasi fast noch so am gleichen Abend von dem letzten Abend mal war. Und das ist ja quasi schon dann quasi am nächsten Tag. Deshalb hab ich mich so ein bisschen gewundert, weil dann theoretisch Rhaenyra ja vielleicht noch nicht mal aufgebrochen wäre, wenn das so ist. Ich glaube schon, dass sie aufgebrochen ist. Ja, weil sonst wird's kein Sinn ergeben. Ja, sie sagt ja auch, in der letzten Folge sagte sie ja auch, dass sie nach Drachenstein fliegt und dann sofort wieder zurückkommt. Wenn ich das richtig verstanden habe, passiert das genau in dieser Zeit. Also kurz bevor sie zurückkommt. Ich hatte mich nur so ganz kurz gewundert, weil für mich wurde's in der letzten Folge so erzählt, so Viserys stirbt quasi noch am gleichen Abend, an dem dieses letzte Abend mal war. Und theoretisch wäre dann Rhaenyra ja noch... Ja, aber ist das so? Ich weiß es nicht. Ja, nee, ist er dann nicht so. Ja, wahrscheinlich eben nicht, ja. Gut, Otto verarbeitet die Information noch, dreht sich dann nach links und fragt, wer weiß davon. Es wird also sofort der kleine, dieser Plan, den sie geschmiedet haben, wird halt sofort in die Realität umgesetzt. Mhm. Ähm, und Alicent sagt offen heraus, Viserys wollte in seinen letzten Stunden, in seinen letzten Minuten, dass Aegon noch König wird. Ja. Dieses dumme Missverständnis. Dieses dumme, dumme Missverständnis. Aber gut, so ist das manchmal im Leben. Ich finde auch direkt, man merkt, wie Otto direkt so fickrig wird. Und direkt so denkt, ja, das wollte ich hören. Fickrig? Ja. Was heißt denn fickrig? Das ist nicht so fickrig, wenn man so fickrig wird. Drei von drei. Was ist fickrig? Hä, kennst du das nicht? Nein, ich hab das noch nie gehört. Fickrig? Hättest du es noch nie gehört? Hast du es schon mal gehört, Patrick? Okay, Patrick hat es auch gehört. Ich weiß es nicht. Ja, wenn man so fickrig ist, so, ne? Aber ja, er sieht auf jeden Fall seine Chance kommen. Seine Zeit ist gekommen. Ja, er ist fickrig. Es ist ja, also ich sag mal so, was Alison angeht, es ist ja durch dieses Missverständnis, sie ist ja sehr viel menschlicher gemacht worden und es hat ja eine etwas edlere Motivation, weil sie ja wirklich glaubt, dass sie im Interesse von Viserys handelt. Und diese Serien-Alicent ist wirklich sehr viel komplexer und menschlicher als im Buch. Wobei ich auch hier mit dieser Serien-Alicent durchaus ein paar Probleme habe, aber auf die werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Ja, was ich aber auch sehr interessant fand, ist, dass Alicent in der Zwischenzeit nicht mal bei Viserys war. Also wahrscheinlich, dass sie nicht noch mal gesehen wird, dass das nicht so aussieht, dass sie ihn vielleicht getötet hat. Aber generell ist das interessant, sie ist zuerst zu ihrem Vater gegangen und nicht zu ihrem verstorbenen Mann. Ja. Um sich quasi so selber davon zu überzeugen, dass er tot ist. Ja. Und Talia, die Bedienstete, zündet am Fenster einen Kerzenständer an. Also eine geheime Absprache mit Mysaria. Ich hab mal kurz noch eine Frage. an dich so generell. Also ist das für dich jetzt inzwischen, wenn du so Kerzen siehst bei House of Dragon, ist das wie so ein Fetisch für dich geworden? Und wenn dann jemand aktiv so eine in der Szene anzündet, ist das dann irgendwie so noch ein bisschen schöner für dich? Äh. Ich hab mich tatsächlich, also erst mal, das sind sieben Kerzen hier in diesem Moment, an diesem Kerzenständer natürlich. Der Glaube an die sieben. Aber ich muss auch sagen, es gibt einen Shot in dieser Folge, in der man in der Septe diesen Rundtisch, in dem Aegon versteckt ist, von oben sieht. Und das ist der beste Shot, um die Kerzen zu zählen. Dazu kommen wir gleich noch. Ich weiß noch nicht mal, wie sich das entwickelt hat. Wann hat sich das entwickelt, dass ich angefangen hab, Kerzen zu zählen? Das war in der letzten Staffel von Game of Thrones. Du hast die Kerzen gezählt und hast gedacht, vielleicht ist da irgendeine Bedeutung drin. Und ich glaub, dann hat sich das verselbstständigt. Ich glaube, das hab ich nie wirklich gedacht. Ich weiß, es sind Kerzen. Vielleicht hab ich das in einer Szene gedacht und dann wollte ich irgendwie eine Tradition drausen. Egal, jetzt ist es, jetzt ist es. Noch ein kleines Detail zu der Szene. Gerne. Alicent, die knibbelt wieder an ihren Fingern rum. Ist mir gar nicht aufgefallen. Krass. Nettes Detail. Das heißt, sie verfällt wieder in alte Muster und alte Persönlichkeiten, alte Habits, alte Gewohnheiten. Wir wechseln in den kleinen Rat. Und zwar, in die frühesten Morgenstunden, man merkt noch, dass alle sehr schlaftrunken sind. Es sind, ja, der kleine Rat ist da, mit der Ausnahme, also im Buch ist hier schon Larry Strong, also Klumpfus auch schon dabei, der ja da auch schon so ... Der Meister der Flüsterer ist. Der Meister der Flüsterer ist. Und hier ist das noch nicht der Fall. Ich hab übrigens bei dem, ich hab mir auch aufgeschrieben, wer alles dabei ist. Ja. Sollen wir das einmal durchgehen oder ist das egal? Nur die Namen vielleicht? Thailand Lannister, der Meister der Schiffe. Also Otto Ellison, Jasper, Meister, Orwell, Lyman, Christon, Harold und Thailand. Warum hast du das so gesagt, als wärst du eingeschlafen? Ich hab grad an was anderes gehört. Weil das Ding ist, Thailand, dieser Name, der hat mich gestern richtig ... Dich auch! Dich auch! Mich auch! Hat mich richtig genervt. Wir benutzen dasselbe Programm, um unsere Notizen zu machen, ne? Und jedes Mal, wenn ich Thailand geschrieben hab, hat das Ding das zu Thailand geändert. Ja! Und ich wette, ich hab jetzt in meinen Notizen ein paar Mal Thailand Lannister stehen. Ja. Aber es ist auch das einzige Wort gewesen, dass dieses Programm geändert hat. Ja, das war sauernd. Das war mega nervig. Das hat mich ultra genervt. Voll. Ja, und Thailand Lannister wird die Septarie sogar zugerollt. Das fand ich auch witzig, wie dieses Herrschaftsinsignium oder wie auch immer man es nennen möchte, Leuten so zugerollt wird, als wäre es nix wert. Ja, und Otto sagt, der König ist tot und nennt ihn sogar Viserys, den Friedvollen. Also, Viserys, der Friedvolle, ist tatsächlich so, wie Jaehaerys zum Beispiel der alte König ist oder Maegor, der Grausame oder Aegon, der Oberer. Und bei Aenys weiß ich's nicht mehr, aber Aenys ist auch so ein bisschen so der Wayne-König. Aenys, der Wayne ist, ja. Der Dazwischende. Ja, ist jetzt Viserys, Viserys, der Friedvolle. Was ja doch, also ich meine, man muss ja dazu sagen, wenn ich, bevor ich jetzt House of the Dragon gesehen habe, bevor es diese Serie gab, war Viserys für mich immer so ein bisschen der, also der wurde immer beschrieben als der dicke König. Der ist doch immer dick so auf allen Bildern. Also es wird doch auch ein bisschen Dick und rotgesichtig. Dick und rotgesichtig, genau. Und vor allem ein König, bei dem man sich nicht so sicher ist, wie man ihn einordnen soll. Es war zwar eine Friedenszeit, aber gleichzeitig hat er halt auch dafür gesorgt, dass viel Schlimmes passiert. Dass das Haus Targaryen untergeht. Das ist der Anfang des Endes irgendwie da schon. Ja, wobei, das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Aber jetzt Viserys, der Friedvolle ist schon, das ist ja wirklich eine Sache, die die Serie gerade erfunden hat. Und das ist schon ja, das zeigt ja schon eher, dass Viserys auch positiv in Erinnerung behalten wird. Zumindest, Otto sagt das ja, der will ja auch in diesem Moment so Sympathien gewinnen. Er sagt es ja aber auch später noch bei der Krönungszeremonie. Ja, stimmt. Dem Volk. Und er bezeichnet ihn als Herrscher und auch als Freund. Ja. Was ich auch sehr interessant fand. Weil ich finde auch, dass man in der Szene davor auch so ein bisschen gemerkt hat, dass er traurig ist. Ja. Weil ich glaube, im Grunde mocht er ihn. Auch wenn er so selbst sehr machtgeil ist. Ja, absolut. Also war ja auch ein sympathischer Mann, dessen letzter Wunsch hier noch genannt wird. Aber kurz, was hier jetzt passieren wird in diesem grünen Rat, der ja auch der Titel dieser Folge ist. Die Grünen greifen tatsächlich nach der Macht, aber eine Person ist damit nicht unbedingt einverstanden, nämlich die gute Alicent. Es gibt einen, und das fand ich inszenatorisch einfach so unglaublich gewieft, also hier auch ein großes Kompliment an Claire Kilner und ihre Kameraperson, wer auch immer da Director of Photography war. Es gibt so einen ganz, ganz subtilen Dolly-Zoom auf Alicent. Also so ein Dolly-Zoom ist, wenn die Kamera in eine Richtung fährt und die brennen weiter, wenn die andere Richtung verändert wird. Also wenn man zum Beispiel mit dem Dolly, also mit der Kamera nach hinten fährt und dann reinzoomt oder andersrum, dann gibt's diese optische Täuschung, dass das Objekt in der Mitte zwar gleich groß bleibt, sich aber der Hintergrund verändert. Der weiße Hai, da gibt's so einen ganz bekannten Dolly-Zoom. Zum Beispiel Vertigo ist aber eigentlich so der bekannteste Film. Also Hitchcock hat damit Höhenangst gezeigt. Und ich finde auch hier wird so ein bisschen damit gezeigt, so ganz subtil, Alicent ist tatsächlich innerlich zerrissen. Sie will das Versprechen ihres Mannes ehren und ihr Haus voranbringen, aber gleichzeitig hat sie halt auch Rhaenyra ein Verbrechen gegeben und weiß auch, in welche Lage das Reich dieses Vorhaben halt stürzen könnte. Und sie erzählt ja auch immer scheinheilig von der Liebe zu ihren Untertanen, in der letzten Folge zumindest. Dazu werden wir gleich auch noch kommen. Aber ja, und allen wird so langsam am Tisch klar, was das bedeutet. Und uns wird auch klar, dass Otto den Putsch vorbereitet hat. Ich hab mir hier auch noch jetzt wirklich ganz, ganz viele Gedanken gemacht und das auch noch mal mit dem Buch abgeglichen. Soll ich mal reinhauen? Ja, hauen. Das sind wirklich, wirklich interessante Sachen. Der Putsch ist quasi schon genau, ich nenn's mal Putsch, ne, also jetzt im ... Es ist ein Putsch. Es ist ein Putsch, ja. Er erwähnt zwei Captains bei der Stadtwache, die Damon loyal gegenüber sind. Das wird hier so in einem Satz gesagt, im Buch ist das ein längerer Absatz, da wird so ein bisschen erklärt, dass die im Buch ausgefragt werden, die Captains, dass sie in die schwarzen Zellen geworfen werden, dass, dann wird ein gewisser Sir Lufa Largent, der neue Kommandant der Goldröcke, angeblich so ein riesiger Mann, ein Berg von einem Mann, ein Stier. Aber Otto vertraut ihm auch nicht ganz, deswegen setzt er Gawain Hohenturm, der auf Englisch ganz anders heißt, nämlich Gawain Hightower, glaube ich. Das ist der Bruder von Alicent. Überraschung. Spielt natürlich hier in der Serie überhaupt keine Rolle, aber Alicent hat tatsächlich im Buch mindestens einen Bruder. Und Otto setzt diesen Gawain Hohenturm auf Largent an, als Stellvertreter, damit sein Sohn quasi den Kommandant der Goldröcke kontrolliert und beobachtet. Ja. Außerdem sagt Otto, dass Raben an die Verbündeten in Schnellwasser- und Rosengarten gesendet werden. Und die Schatzkammer wird zur Sicherheit aufgeteilt. Das sagt Thailand Lannister. Und das finde ich halt aus doppelt und dreifacher Sicht besonders interessant. Zum einen ist es interessant, dass wenn es um die Schatzkammer geht und das Geld, fängt Thailand an zu reden, aber am Tisch sitzt ja noch der alte Lord Biengraben, der ja eigentlich der Meister der Münze ist. Was ja hier schon zeigt, es hat bereits vorher gewisse Absprachen gegeben und es wird geplant, Lord Biengraben aus dem Weg zu räumen, in welcher Form auch immer. Sodass deswegen ist auch die Aktion, die gleich von Sir Christon kommt, auch eventuell gar keine plötzliche und gar kein Aggressionsproblem, wie ich es am Anfang der Folge genannt habe, sondern vielleicht was ganz Gezieltes, Geplantes. Ja, in den Büchern gibt es auch drei komplett Unterschiede. Da gibt es super Unterschiede. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Also, und pass auf, und Thailand, der wird ja auch danach der neue Meister der Münze. Und das ist, weil dann wird, in den Büchern wird dann geschrieben, dass dann Dalton Graufreud, Greyjoy, der rote Kraken, dann der neue Meister der Schiffe wird, weil Thailand Lannister ja dann nicht mehr Meister der Schiffe ist, sondern Meister der Münze. Und im Buch wird das Gold gevierteilt. Und das ist auch eine Sache, die eigentlich super wichtig ist. Und ich bin auch noch gespannt, wie sie das in der Serie dann aber eher so in Staffel 2, 3 oder so was dann noch eine Rolle spielen wird. Denn eigentlich wird das Geld gevierteilt, damit es halt sicher ist. Ein Viertel wird zur Eisernen Bank von Braavos geschickt, zur Aufbewahrung. Ein Viertel nach Carster die Stein, zu den Lannisters. Was ja auch immer so als die sicherste Burg in ganz Westeros bezeichnet wird. Genau, auf diesem riesigen Stein. Dann ein Viertel nach Altsass, also natürlich zu den Hohenturms. Also das ist ja auch schon interessant, dass hier die Lannister und die Hohenturms quasi das Geld machen. Und dann ein Viertel, das behalten wird für Bestechung und Geschenke und umseltener anzuheuern. Vielleicht hätte ich auch immer gern so ein Viertel Geld übrig für Geschenke. Und Bestechungen, ja. Und Bestechungen. Absolut. Ja, absolut. Also da bin ich, hier wird es einfach nur bezeichnet, als das Geld wird aufgeteilt. Man versteht vielleicht nicht so direkt, warum. Wichtig merken. Merken. Eventuell wird das noch wichtig werden. Und wenn nicht, bin ich gespannt. Ja, ich fand es auch interessant, dass sie im Rahmen nach Schnellwasser und nach Rosengarten schicken, weil, wenn man sich auch so geografisch mal die ganze Karte anschaut, das sind mit die nächsten Gebiete in Westeros. Natürlich abgesehen vom Sturmkapp, aber da gehen die ja gleich noch drauf ein. Ja. Jetzt der ein oder andere wird sich vielleicht fragen, so, hä, was ist denn mit den Arryns oder mit den Starks oder mit Dorne? Ja, bis da auch mal die Nachricht hin ist, beziehungsweise bis dann von da mal vielleicht auch Armeen wären in Königsmund, da dauert es schon relativ lange. Und die müssen ja erst mal durch die Gebiete durch, die zum Beispiel von den Tullys oder von den Tyrells zum Beispiel gehalten werden. Ja, Tyrrell. Aber lass uns doch mal, dann ziehe ich das jetzt gerade vor, dann lass uns doch mal kurz darüber sprechen, welches Haus ist auf welcher Seite, beziehungsweise, ich sag's mal so, welches Haus steht den Grünen denn jetzt gegenüber? Denn auch genau das ist beschrieben und ich hab's mal gesammelt, zu den schwarzen Zelt, also auf jeden Fall natürlich die Seeschlange, also die Velaryons mitsamt der Flotte, dann die meisten Lords der Ostküste, also Bar Ammon, Massey, Keltiger, Krabb und Tav. Dann, sorry, falls ich die jetzt irgendwie halb englisch, halb deutsch ausspreche, aber das ist eh so ein Grundproblem. Dann natürlich der Norden, die Starks, Staublin von Hüglingen und Mandali von Weißwasserhafen. Dann House Arryn, und House Arryn ist natürlich doppelt interessant, weil dort mit Lady Jane eine Frau sitzt, die sehr viel Wert darauf legt, dass Rhaenyra Königin werden könnte, eine Frau. Und, dazu kommen wir ja gleich, Sturmkapp, weil House Baratheon hat seinerzeit schon Rhaenys unterstützt und gelten als langjährige Unterstützer auch von Rhaenyra. Ich meine, das haben wir auch schon in der dritten Folge, glaube ich, gesehen, als Rhaenyra quasi einen Mann aussuchen sollte und sie dann auch bei Boros war. Boromund. Boromund. Boromund ist der Vater, Boros ist der Sohn, ja. Ja, bei Boromund Baratheon war und der quasi ihr geholfen hat, auch einen Mann zu finden. Absolut. Ja. Ich fand's auch interessant, in der Szene sagt ja auch Jasper Wild, dass sie dunkle Machenschaften quasi hinter Alice ins Rügen gemacht haben, dass sie sie darin nicht einbeziehen wollten. Ich fand das schon bezeichnend, dass er auch sagt, dass das dunkle Machenschaften sind. Absolut. Ja, denen ist genau bewusst, was sie da tun. Und Alicent ist auch nicht umsonst entsetzt. Aber ein Mann steht auf und sagt, das lasse ich nicht zu. Nämlich Lord Beengraben, beziehungsweise eigentlich zwei Männer, aber gehen wir erst mal auf Lord Beengraben ein. Ja, möchtest du etwas sagen? Sag ruhig. Ach so. Ja, ich mein, der wurde jetzt die ganze Zeit im kleinen Rat nur so als Tattergreis, so als auch so ein bisschen ... Senil, sagen wir mal ganz offen. Ja, schon senil dargestellt. Und der hat quasi auch fast so, wie so ein Mini-Visarious-Moment in der letzten Folge, der ja quasi auch noch mal auf den Thron gegangen ist. Und so einen Moment hat der jetzt auch. Fand ich extrem cool. Auf jeden Fall. Das ist mal ein Abgang. Sagt, das lasse ich nicht mit mir machen. Die haben ja auch ... Ich finde, das war einer der bescheuertsten Sätze im Deutschen. Ja. Der wird in den Büchern, aber auch hier auf Deutsch als angriffslustig wie eine Wespe bezeichnet. Obwohl er Bienengraben heißt. Ja. Ja. Obwohl er Hummeln im Hintern hat. Ja. Im Buch argumentiert Lord Bienengraben auch, dass Rhaenyra älter als ihre Halbbrüder ist. Und dass ihre Mutter, Lady Emma, mehr Targaryen-Blut hatte. Im Gegensatz zu Alicent und ihren Kindern. Also Alicent war ... Also im Gegensatz zu Alicent war Emmas Mutter eine Targaryen. Und Emmas Großeltern waren Targaryens. Nämlich Jaehaerys, der alte König, und Alysanne. Also er sagt einfach, dass Rhaenyra, also trotz, obwohl Viserys der Vater ist, mehr Targaryen-Blut in sich trägt als die Kinder von Alicent. Und wie auch hier in der Serie argumentiert er ja, dass Viserys bis zu seinem Tod die Thronfolge nicht geändert hat. Und jetzt ist es plötzlich Alicent, die Mutter von Aegon, die sagt, ja, aber ... Nö, wohl kurz vor seinem Tod. Ja, aber Bienengraben bringt das ja auf den Punkt. Du sagst ja, ich mein, du kannst jetzt alles behaupten. Absolut. Das ist so ein Bullshit. Man muss ja aber auch dazu sagen, und da hab ich jetzt sogar ein Zitat mitgebracht aus dem Buch, das hab ich wirklich abgeschrieben. Nur um das hier noch mal ganz, ganz klar zu machen. Und ich glaube, das hat die Serie so ein bisschen ... Versäumt ist das falsche Wort, das ist negativ behaftet. Ich meine, das hat die Serie nicht erwähnt, aber das macht's noch mal ein bisschen klarer und verständlicher, was für die Grünen hier eigentlich auf dem Spiel steht. Also es geht nicht nur irgendwie um Macht und Ehrgeiz und Egoismus. Otto entgegnet im Buch, dass Rhaenyra mit Daemon verheiratet ist und dass es hier um Leben und Tod geht. Also ich lese mal vor. Und wir wissen alle, was das für einer ist, also Daemon. Täuscht euch nicht, sollte Rhaenyra jemals den eisernen Thron besteigen, so wird es Lord Flohloch sein, der über uns herrscht. Ein Prinzgemal, so grausam und gnadenlos, wie es nur Maegor sein konnte. Mein Kopf wird der Erste sein, der rollt, daran zweifle ich nicht. Doch der Kopf eurer Königin, meiner Tochter, wird bald darauf folgen. Und Alison stimmt darauf hinzu. Also wie gesagt, in Büchern ist sie von Anfang an direkt voll auf der Seite ihres Vaters. Und ist sie auch nicht sehr nett zu Rhaenyra. Absolut, sie sagt, sie werden auch meine Kinder nicht verschonen. Aegon und seine Brüder haben mehr Anspruch auf den Thron als ihre Brut von Bastarden. Daemon wird einen Vorwand finden, um sie alle hinrichten zu lassen. Einer dieser Crafts hat Aemond das Auge ausgestochen. Vergesst das nicht. Interessante Änderung vom Buch zur Serie, ne? Ich muss nämlich was Grundsätzliches sagen, diese Passage, alles was in dieser Folge passiert, ich hab mich seit mehreren Folgen, eigentlich seit der ersten Folge darauf gefreut, weil das für mich eines der ganz großen, ich weiß nicht warum, ich liebe den Teil. Weil in den Büchern passiert etwas ganz anderes, wie Cyrus stirbt, ebenfalls in seinem Bett, in seinem Gemach. Die Grünen kriegen davon sofort mit, also vor allem Alison und ihr Vater. Und sie lassen eine Woche lang, sieben Tage, sieben Tage, die Leiche von Viserys verwesen und aufquellen, wird da so geschrieben, also er quillt richtig auf. Die lassen die Schwester nicht rein, die Schweigen dann. Genau, die Glocken bleiben still in Königsmund, also sie verheimlichen den Tod des Königs, während sie eben ihren Putschplan hier ausführen. Und es gibt schon wildeste Gerüchte, weil der Geruch, dieser ekelhafte, süßliche Leichengeruch durch den roten Bergfried zieht. Und jeder, der oder die in irgendeiner Form Skepsis oder Skrupel oder was auch immer äußert, wird sofort in die schwarzen Zellen eingekerkert. Ähm, und auch bei Lord Beengraben, der wird ja hier getötet, in den Büchern weiß man nicht, ob Lord Beengraben nicht vielleicht auch eingekerkert wurde und da eventuell an einer Erkältung verstarb oder sogar noch weiterlebte. Also das sind alles so Details, die man nicht weiß. Das ist super interessant, weil das ja in dem Fall auch Orwell behauptet, der ja auch beim Grünen Rat dabei war, eben dass er eingekerkert wurde. Septon Constance, der dann später in der Folge Aegon krönt, der hat nämlich behauptet, dass Christon Kraut Beengraben die Kehle aufgeschlitzt hat. Ja. Was ja noch mal was komplett anderes ist, was hier dargestellt wird in der Serie. Absolut. Und Pilz hat natürlich wieder komplett übertrieben. Der hat behauptet, dass Christon Kraut Beengraben aus dem Fenster rausgeschmissen hat und der ist dann quasi auf so eiserne Spornen im Burggraben gefallen oder so aufgespießt worden. Genau. Man weiß also nicht genau, was passiert ist. Hier wird Lord Beengraben von Ser Christon auf seine Septarie gerammt mit dem Kopf. Käpt'n Sauerkraut hat also wieder mal zugeschlagen, wobei ich hier argumentieren würde, allein dadurch, dass Thailand Lannister ja schon quasi der Meister der Münze ist, hier an diesem Tisch, in diesem Rat, vermute ich einfach mal, dass das von vornherein geplant war, dass Ser Christon das tut. Also dass das durchaus mit Otto abgesprochen war, aber vielleicht waren alle, ob der Brutalität dieses Mordes überrascht. Ja, genau. Und die Historiker sagen, also das eint alle, im Buch zumindest, das war das erste Mal, dass im Drachentanz Blut vergossen wurde. Sagt man so schön. Ja. Was aber in den Büchern nicht passiert ist, ist, dass Harold Westerling anwesend war, weil er zu diesem Zeitpunkt schon seit zwölf Jahren tot war. Das haben wir in den letzten Verfolgungsgesprächen auch schon gesagt, ja. Und Christon Kraut zum Lordkommandanten schon ernannt wurde und er quasi dann zu diesem Zeitpunkt schon zwölf Jahre über die Ritter, über die Königsgarde geherrscht hat. Ja, genau das haben wir letzte Woche gesagt, dass wir sehr gespannt sind, wie sich Sir Harold Westerling entscheiden wird, auf welche Seite er sich schlagen wird. Er ist ja quasi so ein bisschen Prototyp Sir Baristan Selmy, finde ich, so ein alteingesessener, legendärer Ritter. Ehre. Ehre steht über allem, deswegen kann man sich schon denken, dass er sich eher in diesem Fall auf die Seite der Schwarzen stellt. Tatsächlich zieht er sein Schwert gegen Käpt'n Sauerkraut und Sir Christon zieht ebenfalls sein Schwert. Ist auch toll, wie Thailand Lannister da auch noch aufsteht. Ja. Wenn er nicht im Weg gehen will. Genau, ja. Alicent gemahnt Sir Christon zur Vorsicht und Christon senkt tatsächlich das Schwert. Christon, du hast die Königin beleidigt. Ja. Also Sir Harold rettet hier gerade aber auch so ein bisschen seine eigene Haut und Otto lässt den kleinen Rat erst ... Also ich meine, Sir Harold ist ja, der könnte ja auch ausrasten und hier einen Kampf vom Zaun brechen, aber der entscheidet sich ja dagegen. Also ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, die eigene Haut zu retten. Ja, und ich meine, das wäre theoretisch auch so ein Moment gewesen, wie jetzt ganz am Ende von der Folge, wo einfach eine Person das alles schon relativ früh im Keim hätte ersticken lassen können. Absolut. Otto lässt den kleinen Rat aber erst gehen, wenn sich alle einig sind, wie fortgefahren wird. Grüne forever. Green for life. Es wird von Sturmkapp gesprochen, dem Sitz der Baratheons. Boros ist ja da mittlerweile der Lord. Also Bormund, den wir bisher gesehen haben, der hat wahrscheinlich das Zeitliche gesegnet. Bormund war der Typ, der auch in dem, wenn ich mich nicht irre, oder war das Boros, der im Turnier zu sehen war und um die Gunst von Rhaenys angehalten hat. Es war ein Baratheon, Andi. Es war einer der beiden Baratheons. Müsste man gerade ... Weißt du was? Mach du doch mal weiter, dann guck ich in der Zeit nach. Wäre das ein Deal? Genau, Harold Westerling hatte ja auch das Schwert gezogen, er steckt es dann auch irgendwann ein. Aber Otto Hohenturm, der Rädelsführer hier von den Grünen, der sagt, dass es unerquicklich ist, fand ich auch schön. Aber Rhaenyra muss halt sterben. Ja, genau, das ist ja der Teil dieses irren Plans. Und Alicent bringt es dann auch mal auf den Punkt, der König hätte nicht die Ermordung seiner Tochter gewollt. Um das mal ... Ja, das stimmt schon. Es war übrigens Bormund, haben wir also ganz richtig sagen lassen. Ja, es ist nämlich absurd, dass Otto überhaupt mit Viserys argumentiert und dass Alicent ihn überhaupt daran erinnern muss. Glaubst du wirklich, Viserys hätte den Tod seiner Tochter gewollt? Ähm, Alicent hat aber auch gar keine andere Lösung. Sie hat keinen alternativen Plan. Und deswegen verlangt Otto von Lord Kommandant Westerling, dass er mit Rittern nach Drachenstein reist und sich um Rhaenyra kümmert, in Anführungsstrichen. Also der Königsgrade soll quasi so ein Meuchelmörder werden. Ganz genau. Aber Sir Harold ist natürlich The Man und er legt seinen weißen Umhang ab. Er bleibt sich seiner Profession treu. Ähm. Er geht ab und Sir Christon steht da. Ich hab mich, hast du dich gefragt, warum sie Sir Harold Westerling einfach so gehen lassen? Ähm. Ja, ich hab irgendwie das Gefühl gehabt, dass der noch irgendwie dann vielleicht im Nachgang irgendwie ermordet wird oder sowas, dass der halt nichts mehr machen kann. Weil ich mein, er weiß ja, was mit Viserys passiert ist und er weiß jetzt diese ganzen, die ganze Verschwörung, die dahinter steckt. Es ist ja ein bisschen absurd fast schon, dass Rhaenys gefangen gehalten wird, damit sie eben nicht Rhaenyra in irgendeiner Form verraten kann, was hier passiert. Ähm. Ähm. Aber Harold wird einfach gehen lassen, weil er könnte ja genauso zu Rhaenyra reisen. Also da hab ich mich schon gefragt, ich hab eigentlich fest damit gerechnet, dass Harold Westerling in dieser Folge dann nochmal eine Rolle spielen wird, also aufgegriffen wird in irgendeiner Form. Aber das passiert nicht. Bin da sehr gespannt, was da, wie das erzählt wird, denn wenn die ihn da jetzt einfach gehen lassen, dann ist das leider nicht beim Schreiben nicht besonders durchdacht gewesen. Da wird ja auch bei Lord Caswell so ein Riesenfass aufgemacht, dass er ja nicht die Burg verlässt und so weiter, darüber reden wir ja gleich. Aber bei Harold. Also dass sie die in dem Moment weglassen, klar, weil er ist vielleicht der gefährlichste Mann in dieser Situation gerade. Er könnte vielleicht Christon Kraut besiegen und die anderen dann auch abschlachten. Haben eh keine Chance zu gehen, ja, das stimmt. Deshalb erstmal den gehen lassen und dann im Nachgang den vielleicht noch. Das kann sein, aber wir sehen es nicht. Wir wissen es nicht, wir sehen es nicht. Das fänd ich schade, wenn er nicht mehr vorkommt oder wenn das nicht irgendwie noch irgendwo erkennt wird. Das mein ich ja, also ich hab damit gerechnet, dass es in dieser Folge nochmal in irgendeiner Form erzählt wird, hat aber nicht stattgefunden, also müssen wir uns einfach auf die nächste Folge freuen. Alicent ist ja auch sehr sauer, was halt ihr Vater vorschlägt. Ja. Kurz mal zu der Buch-Alicent zurück, die Zitat laut Pilz gesagt hat, vielleicht stirbt die Hure ja im Kindbett. Ja, ganz genau. Wenn wir das hier mal nochmal auf so einen genauen Vergleich haben zu den zwei Alicents. Wie unterschiedlich diese Alicent hier ist. Wir gehen zurück in Aegons gemacht, nee, das ist nicht Aegons gemacht, das ist Alicent's gemacht. Ich hab noch eine kleine Sache. Ja, bitte. Genau, als Unterschied. Hatten wir, glaub ich, vorhin schon erwähnt, dass Larys Kraft eigentlich im Buch mit dabei ist und sich eigentlich lange Zeit bei diesem grünen Rad sehr bedeckt hält. Als es aber darum geht, dass Verräter hingerichtet werden sollen, bestand er in den Büchern drauf, dass alle einen Blutschwur leisten. Alle haben sich dann quasi so in die Hand geritzt und haben dann einen Schwur geleistet. Außer Alicent, die das nicht machen musste, weil sie eine Frau ist. Ja. Ja. Ergibt keinen Sinn, aber ja. Genau, und jetzt wechseln wir in Alicents gemacht. Das ist nämlich der Raum, in dem Diana bei Alicent um ihr Leben bettelte und den Mondtee bekam. Ich glaube, ähm, ja, also das ist wieder derselbe Raum. Ähm, hier sind wieder sieben Kerzen im Kerzenständer. Wahrscheinlich der Raum, in dem Tal ja auch diese Nachricht verschickt hat, diese geheime Nachricht. Ähm, ja, ein Dienstmädchen auf dem Boden spielt mit den Zwillingen, mit Jaehaerys und Jaehaerra. Mhm. Helena stickt eine Spinne und spricht von Dingen, die sie anderen wegnehmen. Ja. Ich fand es ein bisschen weird. Also ich meine, selbst ihre Bedienstete sagt ihr so, ja, Herrin, ja, okay. Ja, ja, genau so, ja, okay. Äh, dann kommen Alicent und Otto rein und fragen nach Aegon und damit beginnt die große Suche nach dem Thronfolger. Ja. Was ja diese Woche, diese Folge noch eine Rolle spielen wird. Helena ist verwirrt und Alicent versucht ihre Tochter, und ich setze das in Anführungsstrichen, zu, äh, Anführungsstriche zu, zu trösten. Denn, ich hab das mal nachgeguckt, also wirklich, das ist so, ich muss mir das immer wieder vor Augen führen, dass diese Alicent ja die Mutter von dieser Helena sein soll. Mhm. Äh, Olivia Cooke, die Alicent spielt, ist 28. Ja. Vier Sabern ist 24, die spielt Helena. Also es gibt einen Altersunterschied von vier Jahren. Ja. Mutter-Tochter-Beziehung ist hier, ja, gut, nehmen wir halt so hin. Ich find's auch, ähm, am Anfang ist der Otto noch dabei, und ich find's eigentlich, ähm, traurig, wie krampfhaft er versucht, seinen Enkel auf den Thron zu bekommen. Mhm. Und dann ist dieser Enkel so unzuverlässig, dass er nicht mal zu seiner eigenen Krönung quasi anwesend ist. Ja, absolut. Und Helena sagt einen besonderen Satz, eine Prophezeiung für das Ende dieser Folge, ein Satz, den wir schon mal gehört haben. Hüte dich vor der Bestie unter den Brettern. Hast du das auch so verstanden, dass das, ähm, auf Rhaenys und, äh, Melaes anspielt? Ich hab's definitiv so verstanden, ja. Ähm, anspielt, ah, okay. Denke ich. Ja. Was, also vielleicht wird das noch in irgendeiner Form eine, eine, eine weitere Bedeutung haben, aber das, ähm, da müssen wir abwarten. Ja. Ähm, ich fand aber auch die Beziehung zwischen den beiden sehr interessant, weil Helena ja auch von ihr so wegrückt, als, ähm, Alice und sie trösten will. Ähm, hast du auch das Gefühl, dass irgendwie so die Mutter-Tochter-Beziehung dann nicht mehr so gut ist? Oder glaubst du so, vielleicht hat Helena so Visionen gehabt und schon gesehen, was ihre Mutter ist? Genau das. Ich glaube, Helena hat durchaus ein Verständnis dafür auf einer ganz komischen Ebene, ähm, dass ihr und ihrer Familie und dem gesamten Reich eine Zeit des Leids und der Gewalt bevorsteht. Und ich glaube, sie befürchtet das und das verraten auch so ein bisschen die Blicke später in der Krönungszeremonie. Aber ja, ich glaube, Helena hat so eine dunkle Vorahnung, dass, ähm, Probleme bevorstehen. Und es gibt noch einen, Jonas mag coole Gegenstände in House of the Dragon. Hast du diese coolen Kerzenstände auf dem Tisch gesehen? Ja, die haben so einen siebenzackigen Stern, ne? Ja, absolut, ja, die sind schon cool gewesen. Das ist ja so, als ob du so eine Kerzenstände in Form von einem Kreuz, vielleicht bei, ähm, bei dir zu Hause, okay, du bist kein Christ auch. Aber ich meine, wenn du Christophers, ne, ich meine, wenn sie ja auch an den Sieben laufen. Ja, schon klar, ich verstehe es schon, ja. Ähm, ja. Ja. Ne, aber die sind mir aufgefallen und die sind definitiv cool. Als ob mir die, du hast mich gerade gefragt, ob mir die Kerzen aufgefallen sind. Ja, Jonas, mir sind die Kerzen. Ich wollte sie nur kontrollieren. Mir sind die Kerzen aufgefallen. Und dann kommt Amon hinzu, der geilste Typ in der Serie aktuell, wie ich finde. Ja, auf jeden Fall. Weiß nicht, wie du das siehst. Props an Ewan Mitchell. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er guckt ja auch und er weiß ja auch direkt, was Sache ist. Also, der Typ hat einen messerscharfen Verstand. Ja. Ähm, er sagt aber nichts. In den Büchern ist er aber nicht so wortkarg. Da sagt er, Zitat, ist Aegon jetzt König oder müssen wir vor der alten Hure niederknien und ihr die Fotze küssen? Das ist teilweise unglaublich, welche Obszenitäten da gegenüber der Schwarzen da bereits gedroppt werden. Also, das ist definitiv anders als in der Serie. Wobei auch die Serie, da sprudelt es ja da auch manchmal aus den Figuren raus. Ähm, ja, aber Amon und sein Bruder haben durchaus auch einige Parallelen, wie ich finde. Aber lassen wir uns noch überraschen. Ja. Ähm, wir gehen in ... Ich hab mir aufgeschrieben, dass es Aegons Gemach ist. Wo sind wir jetzt? Im Roten Bergfried. Otto entsendet auf jeden Fall einen Suchtrupp. Er fragt ... Ich hab das wahrscheinlich einfach irgendwie ... Ich hab das vergessen zu ändern. Otto fragt Erik nach dem Prinzen, Aegon im Zweiten, aber ... Also, Aegon, aber der Prinz ist nicht auffindbar. Auch Erik weiß nicht, wo der Prinz ist. Und Erik soll gemeinsam mit ... Also, Erik soll gemeinsam mit Erik ... Erik und Arik sollen Aegon finden. Und zwar undercover. Niemand darf wissen, dass Aegon gesucht wird. Und sie sollen ihn ... Sie sollen Aegon zu Otto bringen. Genau. Und, ähm ... Denn, es ist wichtig, wer zuerst Aegon findet. Ja. Warum? Weil ... Du meinst jetzt bei Erik und Erik oder Aemond und Christon? Ja. Ja. Also, wer den König quasi als erstes hat, der kontrolliert ihn ja auch. Ist das so? Ich möchte hier eine ganz große Frage aufmachen, weil ich das wirklich ... Mich das sehr irritiert hat, und ich das nicht so hundertprozentig nachvollziehen konnte, warum diese Folge so ein krasses Augenmerk darauf legt, oh mein Gott, wir müssen Aegon finden, führt das im Endeffekt nicht irgendwie zum selben Ergebnis. Und Aegon ist ja jetzt nicht irgendwie ein Koffer voller Geld oder so was, und wer den hat, hat ihn, sondern hat ja auch eine Meinung und eine Persönlichkeit. Ja. Und kann ja trotzdem noch ... Also, warum wird daraus so ein Riesenfass gemacht, wer zuerst Aegon findet? Ich hab's auch nicht ganz verstanden, aber es wird ja im Prinzip ... Für mich wird das so erzählt, dass es darum geht, Alicent will halt Rhaenyra einen Ausweg bieten, und Otto will Rhaenyra umbringen. Ja. Aber? Also, warum macht das ... Der König entscheidet das ja dann im Endeffekt. Ja gut, aber er kann sich ja auch zuerst Otto anhören und dann Alicent und dann auch eine Entscheidung treffen oder was auch immer. Also, ich hab wirklich nicht so ganz nachvollziehen können, warum so ein Riesenspannungsbogen daraus gemacht wird, wer Aegon zuerst findet. Also, es ist ... Fandest du deshalb ... Ich hab nämlich auch das Gefühl, dass alles, was jetzt dann passieren wird, es hat sich alles so ein bisschen weird angefühlt in Königskut. Body Cop. Ja. Es ist wirklich Body Cop. Wir haben, äh, Aemond, das Schwert, Targaryen und Sir Christon, die heilige Mutter, graut. Ja. Und, äh, die beiden gehen undercover mit coolen Kostümen, um den Prinzen zu finden. Ja. Und das war alles so ein bisschen ... Oh, das hätte nicht sein müssen, meiner Meinung nach. Also, ich hab das null gefühlt, null. Ja, ich fand das, ne, wir haben schon den Buchvergleich gehabt, einfach diese sieben Tage, die sie damit verbracht haben, auch so Listen zu erstellen von ihren Feinden, von ihren Freunden, ähm, wie sie alle eingesperrt haben. Das wird ja hier teilweise auch so ... Es wird angedeutet. Angedeutet. Zum Beispiel jetzt auch in der nächsten Szene, wenn Reynes gefangen genommen wird oder eingesperrt wird. Und auch die, äh, der komplette Hofstadt, das wird ja angedeutet. Aber es ist ja gefühlt so, am nächsten Tag schon wieder vorbei. Ja, absolut, ja. Total. Und das ist halt, ich find, das ist halt so ein bisschen interessanter in den Büchern. Auf jeden Fall. Und ich glaube, in unserem Fazit werden wir auch noch mal extra erwähnen müssen, dass wir, ähm, natürlich die Bücher irgendwie ... Dass wir wissen, dass wir eine falsche Erwartungshaltung hatten durch die Bücher. Darauf werde ich noch eingehen. Ähm, aber wie gesagt, also ich verstehe wirklich nicht, was dieses Buddy-Cop-Ding soll. Ähm, ich fand das einfach nicht besonders gut erzählt. Oder ich habe es nicht verstanden. Also das will ich auch gar nicht hier ... Ich will mich da gar nicht drüber stellen in irgendeiner Form, sondern ich habe wirklich nicht verstanden, warum das so einen riesigen Unterschied macht, wer jetzt zuerst Aegon findet. Ähm, klar, wer denn ... Irgendwann wird irgendwie so ein Spruch gebracht wie, wer den König hat, äh, der entscheidet, bla, bla, bla. Ja, aber der König ist ja kein ... ist ja kein Roboter. Ja, das ist ja nicht Viserys, der quasi einfach so am Leben gelassen wurde, dass Alicent und Otto ihr Ding machen. Genau. Weil die machen ja sowieso die ganze Zeit ihr Ding. Ja, eben. Also was hält Otto davon ab, äh, davon ab, irgendwie einen Meuchelmörder einfach so zu Rhaenyra zu schicken? Zum Beispiel, absolut, ja. Und deswegen, ähm, verstehe ich das nicht so ganz. Aber du hast schon angedeutet, Rhaenyra wird in ihrem, nennen wir es mal, ich hab's mal Gästezimmer genannt, eingesperrt und durchs Fenster sieht sie in den Gängen des Roten Bergfrieds wie Adelige in den Thronsaal geschoben werden, geschickt werden. Ach so, waren das nicht die Bediensteten, die in den Kerl geilen? Nein, hundertprozentig nicht, ich hab genau hingeguckt. Es waren definitiv Adelige, ganz andere Kostüme, Kleidung. Und links sieht man sogar noch so ganz klein, wie Tailand Lannister, Jasper Wilde, die Eisenrute und Maester Orwell sich noch mal zusammentun und intrigieren. Also das war auch noch so ein sehr, sehr juicy, sehr, sehr schönes Detail, wie die sich da links zu dritt hinstellen und, äh, äh, tuscheln. Ähm, ja. Nee, das waren ziemlich sicher Adelige. Okay. Und du hast aber recht, also daher kann man das ja auch denken, direkt in der nächsten Szene sehen wir die Bediensteten, die eingesperrt werden in die schwarzen Zellen. Unter anderem Talia. Unter anderem Talia. Und, äh, Lord Larys Kraft ist dabei, der Klumpfuß. Also, ganz ehrlich? Ja. Ich hätte, wenn ich Larys Kraft wäre, ich hätte natürlich Talia ... Die Schuhe ausgezogen. Ja, genau. Nee, ich hätte Talia und den Jungen, hätte ich noch mal in eine Extrazelle gesteckt. Weil die könnten ja theoretisch das unter den Bediensteten noch mal ... Auf jeden Fall. Ähm, rumerzählen. Ganz genau. Also da auch die Frage, Larys Kraft, der weiß ja, beziehungsweise keine Frage, er weiß ja, dass unter diesen Bediensteten ... Entschuldigung, mein Körper. Äh, äh, eine, mindestens eine Spionin stecken könnte. Ja. Und damit gehen wir zu Aemond. Ja. Und, äh, Alicent beauftragt nämlich, Christ und Aegon zu finden. Mhm. Und zu ihr zu bringen, was wir eben schon erwähnt hatten. Und Aemond schließt sich dieser Unternehmung an. Ähm, genau, Alicent spielt ja quasi hier grad wieder mal ihr eigenes Spiel. Ja. Der Throne. Und will, dass eben Aegon zu ihr gebracht wird. Ähm, und sie sagt auch, zu Christon, diesen Satz, alles, was ihr für mich empfindet als eure Königin. Und ich hatte das mal so übersetzt, so, ey, weißt du noch damals, als ich dich vom Selbstmord abgehalten hab? Ja, absolut. Jetzt ist der Moment, das wieder gut zu machen. Ganz genau. Aber das ist ja auch so ein interessanter Wesenszug von Alicent, die immer so auf Schein heilig tut. Aber diese besonders gewalttätigen Menschen in ihrem Leben, wie Larys Kraft oder, äh, Christon Kraut, weiterhin in ihrem Leben hält und weiterhin halt instrumentalisiert und benutzt. Ja. Und vor allem das, was sie ihrem Vater vorwirft, dass er sie so benutzt hat, das macht sie ja auch. Ja. Also, sie ist ja nur ein, sie ist ja genau dasselbe, sie ist ja genau ihr Vater geworden in vielen Aspekten. Und diese Scheinheiligkeit, über die, die wird später noch offensichtlich, aber über die will ich unbedingt noch sprechen. Ja. Genau. Ehmann will natürlich mitkommen und Alicent will das zuerst nicht, aber Christon Kraut nickt das dann ab. Weil wir wissen ja auch, so wie du ja auch schon erzählt, Ehmann kann sich durchaus selbst verteidigen. Ja. Aber hallo. Ja. Und damit, äh, kommen wir zu der Bodycop-Komödie. Ja. Wir gehen nach Königsmund erst mal in die Seidenstraße. Mhm. Also eher in so das, äh, gehobenere Viertel mit den, äh, schöneren Bordellen. Ja. Ich fand übrigens sehr interessant, ähm, man sieht diese Totale vom Roten Bergfried, äh, rechts im Bild und dann fährt die Kamera so raus und dann sehen wir ungefähr, wo, ähm, ähm, Aemann und Christon sind und auch, also wo die Seidenstraße ist. Und ich hab das mal wirklich mit der, mit der Karte abgeglichen. Und tatsächlich, es ist wirklich exakt an dem Punkt, wo auch das, äh, auf den Karten ist. Ähm, und diese Liebe zum Detail liebe ich. Ja. Ich find das großartig. Ja. 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 Aber das muss auch sein bei so einer Serie. Ja. Ja. Also das macht sie auf jeden Fall gut, ja. Genau, ähm, äh, die beiden sind unterwegs und natürlich auch Eric und Arik und Arik und Arik und wie auch immer. Wir hören Glocken, ganz wichtig. Glocken, ganz wichtig. Ähm, Aemann wurde nämlich auch von seinem Bruder schon mal mit auf die Seidenstraße genommen, mit 13 Jahren erfahren wir. Ja. Und er hat ihm gesagt, er sei jetzt halt sein Schwert zu ölen. Auf Englisch wird übrigens gesagt, it's time to get it wet. Also, nix mit Salt oder Oil. Aber ist nicht ein Wettstone auch quasi so ein Schwertschleifding? Ah, okay, ja gut, das würde Sinn ergeben. Ja, du hast recht. Nee, das hat ja theoretisch zwei Bedeutungen. Ja. Ähm, ich find's auch schön, Sie sprechen ja dann auch mit der ... Ich hab die Madame de Soir genannt, die Seidenfrau. Wie kannst du denn Christons Spruch gerade überspringen? Zu dem wollte ich kommen. Ja, okay. Sie sprechen ja mit ihr. Nein, der kommt davor. Ach so, stimmt, das ist davor. Christon sagt, jede Frau sei ein Abbild der Mutter und habe Respekt verdient. Und ich hab mir so in Klammern dazu gedacht, es sei denn, man macht der Thronfolgerin so einen halbherzigen Heiratsantrag und schlägt ihr vor, nach Essos zu fahren. Wenn sie dann abbläht, dann ist sie nicht mehr ein Abbild der Mutter und hat Respekt verdient, sondern ist eine, wie hat er sie genannt? Eine Hure, ne? Eine Fotze. Fotze, ja, genau. Ähm, ja, gut. Also Scheinheiligkeit ist nicht nur bei Alison vorhanden, sondern auch bei gewissen Kräutern im Reich. Ja, bei Kräutern? Ja, ich wollte es irgendwie schön ausdrücken. Ich find's auch schön, wie unangenehm eben so Gespräche über Sex sind. Ja. Wenn man richtig merkt so. Ich hab auch das Gefühl, dass der immer noch Angst hat, dass das irgendwann rauskommen könnte. Inselkraut, ja. Ja. Es gibt ja auch, hast du halt so Memes gesehen, die die Frisuren von Christon Kraut und von Harwin Kraft sich angeschaut haben, also eher so glattere und lockigere Haare. Und dass es so Theorien gibt, dass Jace und Luke dann doch einer von Christon Kraut und einer von Harwin in Kraft sein könnte und dass Rhaenyra diesen Tee nicht getrunken hat. Es hört niemals auf. Ja. Diese Vermutungen und diese Gerüchte, ja. Ja. Genau. Und wir treffen auf Madame de Soir, hab ich die genannt, weil die hatte bei IMDb keinen Titel. Okay. Und Madame de Soir heißt Seidenfrau. Also das wäre der erste französische Name, der mir in House of the Dragon bisher unterkommt, aber okay. Jetzt muss auch Franzosen, muss es auch in Westeros gehen. Natürlich. Warum auch immer, aber okay. Genau. Sie sagt ja dann, dass Aegon nicht bei ihr ist und dass sie den quasi zum letzten Mal gesehen hat vor vielen, vielen Jahren. Er ist aber dafür bekannt, und das fand ich sehr interessant, er ist bekannt dafür, dass er weniger wählerisch ist. Also es ist wahrscheinlich so ein offenes Geheimnis in ganz Königsmund, dass Aegon gerne im Flohloch chillt. Ja, absolut. Wäre auch nicht der erste Targaryen, der das tut. Ja. Das ist eh auch allgemein so eine Sache, also sie erkennt ja, Madame de Soir erkennt ja auch Aemond und sagt, boah, seid ihr groß geworden, bla bla bla. Ähm, dieses Aegon und Aemond in der Seidenstraße Ding hat mich halt einfach auch sehr erinnert an Viserys und Daemon, die ja ebenfalls immer in der Seidenstraße unterwegs waren, wird ja in einer Folge erzählt. Oder es wird ja auch dann in Game of Thrones erzählt, dass Rhaegar und Barristan Selmy auch so undercover in Königsmund waren. Aber ich glaube nicht, dass sie da so rumgepimpert haben oder sowas, sondern dass die halt einfach so gucken wollten, wie das normale Volk so ist. Mag sein, ja. Oder das ist so ein, vielleicht wird das auch noch verfilmt, dass Rhaegar nicht dieser strahlende Held, für den er gehalten wird. Deswegen, das weiß ich gerade nicht. Aber ja, nee, du hast schon recht. Also es kommt öfter vor. Sollen wir in den großen Saal setzen? Sehr gerne. Ja, zur Einschwörung. Ja. Denn Otto verlangt von den Lords und Ladies am Hof, sich seinem Willen zu beugen und Aegon die Treue zu schwören. Ja. Er lässt hier auch wieder niemanden gehen, bevor er klare Tatsachen heißt und Tatsachen geschaffen hat und weiß, wer ist für mich und wer ist gegen mich. Ja. Einige beugen dann schon relativ schnell das Knie. Ja, viele. Ja. Und ich fand's auch interessant, wenn er dann so einen Schritt nach vorne macht, wie ganz viel ist, wenn er dann noch weiter nach unten guckt. Ja. Also, ne? Der hat schon einen Ruf. Die sind eingeschüchtert, definitiv, ja. Ein Lord weigert sich und weißt du, wer dieser Lord ist? Äh, nee, ich weiß, wer die Frau ist, ich weiß, wer Lord Caswell ist. Hast du rausgefunden, wer der Lord ist? Ja, das ist Lord Meriwether von Longtable, aka Haus, äh, Lord Sonnenwetter von Langtafel. Ja. Das ist ein Haus aus der Weite und, ähm, die haben als Wappen ein goldenes Füllhorn, aus welchem Äpfel, Möhren, Pflaumen, Zwiebeln, Lauchstangen, Rüben und Früchten rauskommen. Wasalen des Hauses Tyrell, nehm ich an. Ja. Wörter sind Sie, unsere Fülle. Sie, unsere Fülle. Aber das könnten meine Wörter sein. Nee, das wusste ich nicht. Wie hast du's rausgefunden, wer er ist? Ähm, stand das im Buch? Äh, im Buch. Und dann hab ich das quasi nochmal gegengecheckt. Also, es gibt eine Rollenbeschreibung. Ah, okay. Ja, wunderbar. Ja. Ähm, genau. Der sagt ja quasi so, ja, ich überleg mir das, aber ... Ich sprech das mit meinem Haus ab. Ja, genau. Funktioniert natürlich dann nicht so. Otto lässt wirklich niemanden gehen, ohne dass da Treue geschworen wird. Genau, da haben wir auch die Frau. Also, es ist ja, es ist ja Erpressung. Es ist ja, es hat ja nichts mit, in irgendeiner Form mit einer gesunden Herrschaft zu tun. Es ist ja einfach Erpressung. Ja. Ja. Äh, die Frau, die, weißt du, da weißt du, wer das ist. Ja, ja, klar. Das ist, sie sagt ja, Haus Grimm steht zu seinem Schwur gegenüber der Prinzessin. Auf Englisch Haus Fell. Fell von Fellwood oder Grimm von Grimmwald. Genau. Vasallen des Hauses Baratheon. Macht deswegen ja auch besonders Sinn, dass die sich auf die Seite von Rhaenyra stellen. Wir wissen ja, dass die Baratheons und ihre Vasallen da eher auf der Seite von Rhaenyra sind. Plus, es gibt einen sehr illustren Ritter der Königsgarde namens, ähm, Willis Grimm. Der, ähm, ja, der auch interessante Dinge tut eigentlich. Die ich jetzt hier nicht spoilern möchte, ja. Ja, und, äh, dieses Haus hat das, ähm, schwarzwaldigste Wappen in Guns Westeros. Ja. Das ist so im Tannenschnitt und oben im Schwarz gibt's eine weiße Monsichel und, ähm, unten ist grün. Ach. Musst du dir mal anschauen. Sieht echt aus wie so ein Schwarzwald, ähm, Wappen. Na, schön, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und, ähm, ist natürlich noch ein anderer Lord anwesend, von dem wir ganz genau wissen, dass er für Rhaenyra ist, äh, 100 Prozent. Nämlich Lord Caswell, ähm, der das Knie beugt und zusätzlich sagt dann auch, lang lebe der König. Und hast du auch schon in diesem Moment gedacht, dieser Typ wird das auch nur so, äh, quasi pseudomäßig getan haben? Ja, selbstverständlich, natürlich. Also, das sieht man ja auch schon allein in seinem Blick. Also, es ist ja auch einfach gut gespielt. Und, aber wir sehen halt auch, dass oben jemand sitzt, zuguckt, der mehr weiß als die meisten anderen und einen messerscharfen Verstand und einen besonderen Fetisch hat. Nämlich, äh, Larys Kraft, der beobachtet das Ganze und da kann man sich schon denken, oh, die anderen werden gerade vielleicht überlistet, aber nicht der gute Kraft der Bruder- und Vatermörder. Ähm, und damit wechseln wir zurück zur Seidenstraße, wo weiterhin nach Aegon, dem Prinzen, gesucht wird. Ja, wir sehen auch, wir sind jetzt in Flohloch unterwegs, weil die Gassen werden enger und da sind halt so flohlochige Leute auf den Straßen. Das wird ein bisschen dreckiger, düsterer und ja. Ja, ja. Eamon sagt einen sehr interessanten Satz, dass, ähm, Aegon in den Händen von Söldnern sein könnte, auf einem Schiff nach Yi-Ti, oder er könnte auch tot sein. Ja. Und jedes Mal, wenn so ein Ort wie Yi-Ti ausgesprochen wird, freue ich mich. Ja, da geht mir auch das Herz auf. Vor allem, es wird ja, also es macht ja auch einfach Sinn, es wird ja, es ist ja eine Animationsserie zu Yi-Ti geplant, auf die ich mich persönlich irgendwie total freue. Ähm, von daher ergibt es einfach Sinn, wenn man hier schon so Sachen andeutet, die die ganze Zeit noch in der Welt von, also in dieser Serienwelt noch verfilmt werden, wie Nymeria oder die Reisen von Corlys oder Yi-Ti. Haben wir nicht sogar ein Video gemacht zu Yi-Ti? Ja, haben wir. Das hat World of Westos. Haben wir. Solltet ihr auf jeden Fall mal anschauen, ist sehr interessant. Ziemlich coole Bilder. Ich mag Yi-Ti sehr. Ja. Also ich finde, Yi-Ti hat wirklich Potenzial. Das Einzige, was man da kritisieren könnte, ist, sollte man das nicht alles nebulös lassen und nicht auserzählen und lieber so als Worldbuilding am Rande einfach stehen lassen. Also sollte man es entmystifizieren, aber trotzdem, ein Teil von mir freut sich drauf. Ja, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite sind Eric und Eric in einer Kampfarena. Die Serie ist echt nicht zimperlich. Das ist die zweite Folge, wo Kinder gegeneinander kämpfen. Eine Sache würde ich noch vorher sagen. Die junge Frau, die später die Eriks ansprechen wird, beobachtet die schon hier. Jane. Jane. Jane heißt die? Lass mich kurz schauen. Auch in der Castliste? Nein, das ist auch in der Castliste, den habe ich mir nicht erfunden. Ich habe nur Lady de Soir erfunden. Okay. Ja. Ich dachte, Madame de Soir. Madame de Soir ist das scheiße. Ja genau, die beiden sind in der Kampfarena. Im Kinderfightclub. Genau. Im Kinderfightclub. So habe ich es genannt. Ich meine, es gab ja, also es gab ja mal, ich habe dir das mal geschickt. Ja, das war der Toddlerfightclub, oder? Das war der Toddlerfightclub. Das haben wirklich in den USA zwei Kindergärtnerinnen, die Kinder gegeneinander kämpfen lassen, Wetten darauf abgeschlossen. Und das hat erst wohl klein angefangen. Und dann sind die irgendwann sogar ins Internet damit gegangen. Oder irgendwie so ein Scheiß. Ja, ich weiß nicht, ob es so brutal war wie hier, wo denen halt extra die Fingernägel langgewachsen lassen werden. Die müssen sich die langwachsen lassen. Und ihre Zähne werden gefeilt, was ich echt krank finde. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr geisteskrank. Also wir sehen, Prinz Aegon ist ein wirklich, wirklich gestörter, kranker Typ. Ein Psychopath vielleicht sogar schon. Das sind wirklich, das sind Joffrey Baratheon-Vibes. Weißt du, an wen der mich immer so ein bisschen erinnert? An wen? Von das Bildnis der Dorian Gray an Dorian Gray, weil er ja auch quasi immer so, ne, zu dem ganz, dem Perversen immer so frönt. Ja. Und sein Bild wird dann ja auch immer schrecklicher. Und älter vor allem. Also das Bild altert doch im Gegensatz zu ihm. Es gibt auch noch, ich habe einen Vergleich zu den Büchern, da wird das nämlich ähnlich beschrieben. Und, ähm. Äh, da ist noch, ah, Aegon. Ja, ja, das ist noch. Ah, das ist das. Laut Pilz ist das natürlich. Ähm, Pilzens Zeugnis zufolge, also das ist wieder ein Zitat aus Feinblut. Pilzens Zeugnis zufolge fand Serkriston, den jungen künftigen König, betrunken und nackt in einer Rattengrube in Flohloch, wo zwei, äh, äh, Gossenjungen mit spitzgefeilten Zähnen zu seiner Unterhaltung aufeinander gehetzt wurden, während ein Mädchen, das kaum älter als zwölf Jahre sein Glied mit dem Mund liebkoste. Wir wollen dieses hässliche Bild als ganz und gar typisch für Pilz betrachten. Ja. Gut, lassen wir es mal so stehen. Laut Septon Constance, ne, ein Mann des Glaubens, der hat geschrieben, dass, äh, Aegon bei einer Mätresse gefunden wurde. Ja. Äh, die aber Tochter eines, ähm, reichen Händlers. Eines Händlers, ne. Ja. Also, da ist es so, ja, er gibt zu, Aegon war, guck mal, aber es war immerhin kein Kind. Ja. Ähm, Sir Eric hingegen zeigt auf ein Kind. Ja! Dass, wir haben es letzte Woche auch schon angedeutet, dass Aegon eben ein bisschen fickrig unterwegs ist und, ähm, das Glied nicht in der Hose lassen kann. Ähm, wir sprachen von Aegons Bastarden und wir sehen hier ein Kind, das erstaunliche Ähnlichkeiten hat mit Aegon. Mit weißen Haaren, quasi derselben Frisur. Glaubst du, dass es dieser eine Bastard ist von Aegon? Ich weiß es nicht. Game on Hellhaar? Ich weiß es nicht. Ich möchte das, äh, einfach nur mal so stehen lassen, dass das hier, ähm, ja, sollten wir nicht vorwegnehmen. Ja. Okay, genau. Äh, Eric sagt ja auch, ne, jetzt weißt du, wie er ist und, ähm. Ähm, ja, wie jetzt wissen wir, er stellt nicht nur den, ähm, Meckden nach und säuft viel, nein, ähm, seine, seine Gelüste haben sich über die Jahre noch ein bisschen verschlimmert. Sind noch weiter ins Perverse gerutscht. Lord Caswell im Burko versucht auf dem Pferd zu fliehen, aber das ist nur eine kurze Szene, wir wechseln, also eine Einstellung, wir wechseln dann sofort zurück nach Königsmund, also wir sind eh in Königsmund, nach, ins Flohloch. Ähm, ähm, Eamon ist sauer, dass nicht er auf den Thron gesetzt wird und nennt seinen Bruder sogar einen Nichtsnutz. Ja, ich meine, er sagt ja auch, äh, ich studiere Geschichte, Philosophie, trainiere Schwertkampf. Ich bin auch sehr, sehr bescheiden. Ich habe das Schwert studiert, ja. Ja. Aber er ist eben nur, in Anführungsstrichen, ein Zweitgeborener und ich möchte kurz mal hier etwas ganz, ganz Persönliches sagen. Ich finde das teilweise unerträglich, mir geht das manchmal so richtig auf den Sack, dieses ständige Rumgeheule wegen, äh, ich bin nur ein Zweitgeborener, oh. Oh, ich gründe eine Söldner-Kompanie in Essers, oh. Man darf nicht vergessen. Einfach, du bist Erstgeborener. Ja, das stimmt. Du darfst dich jetzt nicht beschweren. Du bist auch Erstgeborener. Ja. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Eamon froh sein kann, einfach überhaupt adlich zu sein. Also er kennt weder Kälte noch Hunger, der ist so in den oberen 1%, er ist in den oberen 0,001%. Ja. Dieses ständige Rumgeheule. Der hat den größten Drachen der Welt. Ja, auch, auch Alicent. Niemand unterstützt mich, wuhu. Das ist dieses privilegierte Rumgeplärre von Bonzen ohne einen Sinn für die Realität. Aber genau darum geht es ja auch in den Schriften von George R. R. Martin, um dieses, also wie dieses adelige Ränkespiel von einigen wenigen auf Kosten der vielen geht. Und ich glaube, gerade im Schlussteil dieser Folge werden wir noch sehr ausführlich darüber sprechen. Gerade auch, weil die Autorin dieser Folge und auch der Showrunner und so weiter da ein paar Sätze gesagt haben, die ich so nicht stehen lassen möchte. Die sehr interessant sind. Die sehr interessant sind und allerdings auch ein bisschen kritisch und Schlimmstes befürchten lassen, dass einfach so dahergesagt wird, in, ja, in Game of Thrones zählen die Zivilisten nicht. Das ist ein Zitat von Sarah Hess. Ähm, da geht's später bei Rainys Massaker darum, das so nenne ich's mal. Da werden wir noch gleich darauf eingehen, aber ich möchte das ganz, ganz, ganz entschieden abweisen, weil das nicht mit dem, was George R. R. Martin schreibt und worum sich Game of Thrones oft dreht. Ich finde, das Fußvolk und die einfachen Bürger spielen immer in irgendeiner Form eine Rolle. In Game of Thrones haben wir das ja auch gesehen, eigentlich die, die am meisten darunter leitend sind, ist das einfache Volk unter diesem ganzen Krieg. Auch was dann immer in den Flusslanden gezeigt wird zum Beispiel, dass auch Leute ausgeraubt, vergewaltigt, alles Mögliche. Absolut. Das wird halt mit einem einfachen Volk gemacht. Absolut. Und quasi so, das wird immer so als Kollateralschaden. Als Kollateralschaden, aber Figuren werden ja auch so ein bisschen daran gemessen, in welchen Stellenwert die Belange der Bürger für sie einnehmen in ihrem, in ihrem politischen Gebaren. Und ich finde, dass das hier so ignoriert wird, äußerst bedauerlich, weil, also gerade wenn Jamie in Staffel, ich meine, Staffel 8 war ja das Paradebeispiel dafür. Wenn Jamie sagt, oh, das einfache Volk hat mich nie interessiert, was ja eh erstmal absoluter Bull, also einfach falsch ist. Gleichzeitig ist das immer für George R. R. Martin so ein Gradmesser daran, inwieweit sich eine Figur gerade weiterentwickelt. Und das sieht man bei so vielen verschiedenen Figuren. Und ein König gilt immer als Weise, wenn er sich für das Volk interessiert. Rannis beschreibt er immer als besonders herzvoll und herzend, als so unglaublich liebenswürdigen Menschen. Gleichzeitig müssen wir uns in der Folge ansehen, dass sie halt tausende von Menschen tötet in ihrem Massaker. Und dann sagt halt die Autorin ja, Zivilisten gelten in Game of Thrones nicht, die zählen nicht. Das find ich, und auch das, was Eve Brest heißt, die Schaustellerin von Rannis. Eve Bess, sorry, Bess. Das, was auch die gesagt hat zu dieser Szene, ich rege mich nur jetzt schon mal auf, das wird gleich eigentlich erst kommen. Dass sie dranbleibt. Aber das finde ich halt einfach so schlimm. Wirklich schlimm. Ich habe da manchmal das Gefühl, Game of Thrones wurde nicht verstanden. Aber kommen wir gleich dazu. Ja, wir wechseln wieder ganz kurz zurück in den Bergfried. In den roten Bergfried, wo Lord Caswell immer noch entkommen will. Und dieses Tor braucht einfach zu lange, um geöffnet zu werden. Das kommt theoretisch danach, aber ja, trotzdem. Es kommt ja erst mal noch die Kinder-Fightclub-Szene. Die hatten wir doch schon. Nee, die kommt ja noch mal. Die werden ja jetzt von diesem Mädchen angesprochen. Aber ist ja auch wurscht. Sehr einfach hin- und hergeschnitten. Wir wechseln zurück ins Florloch, in die Kampfarena. Die Cargills streiten sich und machen auch Bekanntschaft mit Jane, die für Misaria arbeitet. Und vor allem, man merkt hier schon, dass die beiden ... Also, der eine wusste von den Perversionen des Aegon, der andere ist entsetzt. Und ich meine, in dieser Folge werden wir auch erfahren, es kommt hier bereits zu einer kleinen Spaltung zwischen Eric und Eric. Das ist ein erster Bruch, genau. Jane bietet nämlich den beiden etwas an. Und zwar weiß sie, wo Aegon ist, aber sie will nur mit Otto sprechen, nicht mit irgendwelchen so unwichtigen Krippen der Königskarte. Sie will mit dem Otto sprechen, nicht mit irgendwelchen Ottos. Genau. Und wir wissen ja auch schon, dass Misaria hat ja Otto schon mal Informationen zukommen lassen, zum Beispiel als Rhaenyra auf ihrem Junggesellenabschied war, in Königsmund zusammen mit Daemon. Ja. Ja. Und ich mag's eigentlich voll gern, so Königsmund von dieser dreckigen Seite zu sehen und so was. Aber ich hab's ja vorhin schon gesagt, ich fand diese ganze Sequenz irgendwie weird. diese Buddy-Cop-Sache. Ja, ist sie, bin ich total bei dir. Ich mein, ich find, der Kinder-Fight-Club ist faszinierend. Aber ja, dieses Buddy-Cop-Ding, wie gesagt, ich bin da, ich find das auch weiterhin eigenartig. Aber ich lass da gerne, also auch gern mal in den Kommentaren, also ich bin da wirklich auch offen. Vielleicht hab ich auch ein wesentliches Detail missverstanden oder nicht gesehen. Also ich find nur, jetzt einfach zu sagen, oh, wer den König zuerst hat, der hat die Macht, das ist so ein bisschen zu, das ist ein bisschen zu schwach. Und dafür halt die Hälfte der Folge damit zu führen. Ja, das wär ein bisschen sehr dünn. Also das wär mir einfach nicht gut genug geschrieben dann, muss ich ganz offen sagen. Und es geht auch Schlag auf Schlag weiter. Wir wechseln zurück in den Roten Bergfried, wo Lord Caswell geschnappt wird und von Otto Hohenturm befragt wird. Ja. Sehr interessant. Caswell nennt Larys den Lord Confessor. Ja. Lord Confessor war ein Amt oder ist ein Amt am königlichen Hof in Westeros. Und das war quasi der königliche Folterer. Ja. Und dieser königliche Folterer oder Lord Confessor war dem Richter des Königs unterstellt. Und der wiederum war dem Meister des Rechts unterstellt. Also Jasper Wild. Das heißt, Jasper Wild ist theoretisch der Chef von Larys Kraft. Ja. Und ... Er zeigt aber auch, dass er hier wirklich direkt gecheckt hat, dass Lord Caswell das nur gespielt hat im Thronsaal. Ja. Auch schön erzählt, ja. Äh, genau. Und Lord Caswell soll eben vor diesen Richter des Königs geführt werden. Mhm. Und, ähm, hier war eigentlich schon ... Wenn man weiß, was der Lord Confessor ist und was der Richter des Königs macht, hätte man eigentlich schon absehen können, was passiert. Ja. Und der Richter des Königs hat eine wichtige Aufgabe, äh, Todesstrafen zu vollziehen. Also, Ilan Payne war zum Beispiel auch einer dieser Richter des Königs. Und ich hab mir gedacht, wäre es vielleicht die klügere Entscheidung gewesen, nicht sofort zu fliehen, sondern vielleicht so ein paar Tage zu warten. Und dann erst zu fliehen. Aber lass ich einfach mal so im Raum stehen. Ja, Lord Caswell ist halt auch ein Otto. Ja, das stimmt. Ja. Und, ähm, die Szene ist aber noch nicht zu Ende. Otto hat nämlich auch noch mitbekommen, dass Laris Zeit mit seiner Tochter verbringt. Ja. Und, ähm, da waren wir auch noch Sweet Summer Childs, als wir gedacht haben, so, okay, ja. Wir wissen das natürlich auch, aber nicht wie. Das stimmt. Auch wenn Children der Plural von Child ist, aber egal. Okay. Hab ich Childs gesagt? Ist ja auch wurscht. Sorry, ich war klug, scheiß nur das aus. Tut mir leid. Laris schwingt aber auch sein Fähnchen wieder ein bisschen im Wind und sagt im Prinzip, dass er auch für Otto arbeiten könnte. Ja, Laris schwingt sein Fähnchen, ja. Ja. Das stimmt. Bisher hat er ja eigentlich nur für Alicent gearbeitet, aber vielleicht will er ja noch die Sweet Sweet, also vielleicht will er die Füße der Hand sehen. Sowohl, äh, sowohl auf physischer, sowohl auf, nein, sowohl auf physischer als auch auf spiritueller Ebene hat Laris immer eine Hand auf einem Hohenturm. Ja. Ja. Oh Gott. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir in Viserys Gemach wechseln. Ja, sehr gerne. Er beobachtet nämlich, wie die schweigenden Schwestern Viserys für die Beisetzung vorbereiten, für die Verbrennung, weil Targaryens werden ja eigentlich mal verbrannt. Genau. Umgeben von 46 Kerzen. Ja. Und genau das ... Man merkt übrigens auch sofort, dass es Viserys Gemach ist auch an den Targaryen-Tapeten, an diesen Orgien-Tapeten mit den Drachen. Und spätestens hier wurde mir auch beim Schauen klar, okay, schade, sie haben das wirklich mit Viserys anders erzählt. Ja, das würde ich gleich auch ansprechen. Ja, auch wenn diese Szene eigentlich so wirklich wunderschön inszeniert ist und wirklich geil aussieht. Und ich kann mir vollkommen vorstellen, dass alle da draußen sitzen und sich die Szene angeguckt haben und dachten, das ist einfach fantastisches Fernsehen. Ja. Wenn man, glaube ich, das Buch gelesen hat und diese Stelle genauso sehr mochte wie wir, dann kann man eigentlich hier nur so ein bisschen enttäuscht sein. Ja. Ich fand's wirklich bedauerlich zu diesem Moment, ja. Ja, okay. Wir haben jetzt auch Viserys quasi schon in den letzten Folgen gesehen, wie er als Leben das schon verrottet. Vielleicht haben die sich gedacht, kürzen wir das ab. Aber wir merken ja auch, in der Serie sind ja auch Sachen, die in den Büchern brauchen die sieben Tage, in der Serie sind das wenige Stunden oder einen Tag. Ja, in den Büchern ist Alison total herzlos und sehr rabiat und hier trauert sie und weint sie wirklich. Von daher, ja, das ist einfach eine andere Geschichte. Das muss man einfach auch mal so sagen dürfen. Okay, und dann wechseln wir zu Reynis' Gemach. Reynis und Alison sprechen über den Tod von Viserys und den Folgen davon. Reynis ist nicht auf den Kopf gefallen. Die weiß direkt, dass es um den Tod von Viserys geht. Ja. Und Addison versucht, Reynis auf ihre Seite zu bringen, indem sie sie die ganze Zeit eigentlich disst. Also, ich dachte auch, wie bitte? Also, nachdem du Reynis eingesperrt hast, nachdem du niemandem beweisen kannst, was Viserys da getan hat, nachdem du in Reynis' Halle vor zwei Folgen dem Enkelsohn von Reynis das Auge rausschneiden wolltest, ist, nachdem du Reynis' Schwiegertochter in der Halle den Arm aufgeschlitzt hast, nachdem du den Sohn von Reynis immer wieder halt runtergemacht hast, als Nichtvater von den Kindern, nachdem du die Kinder immer wieder Bastarde genannt hast quasi, also deine Familie zumindest, und jetzt tust du so auf, oh, gib mir deine Unterstützung. Nennt sie auch noch Cousine. Ja, liebste Cousine. Ja, absolut. Erinnert sie dann auch noch an Leynas, verbrannt in Pentos, an Leynas Versäumnis als Ehemann und auch, dass er tot ist, in Anführungsstrichen, an Corlys, der sechs Jahre fort war und dann schwer verletzt, wenn nicht sogar tödlich verletzt, zurückkam. Ähm, und dann sagt sie, nachdem ich dir jetzt all das gesagt habe, unterstützt du mich? Go green! Und dann sagt Reynis halt, äh, pfff, nö. Und dann sagt Alicent, heult bei Laris, während er sich einen runterholt, warum mag mich niemand? Oh, mir geht's so schrecklich! Ja. Ist wirklich schwer zu ertragen manchmal, diese Alicent. Ja. Ich fand's auch sehr interessant, sie sagt ja im Englischen, dass Leynor gekackoldet wurde. Ja. Das kommt von, äh, vom Kuckuck. Ja. Ähm, ist dir bekannt, was Kuckuckweibchen machen im Nachwuchs? Die werfen die Kinder aus dem Nest? Nee, was, die klauen Kinder? Was machen die nochmal? Nee, die gehen zu anderen Nestern und von anderen Vögeln schmeißen da die Eier raus und machen ihre eigenen Eier rein. Ah, so, ja. Ja, genau. Im Deutschen haben die das mit, ähm, gehörnt übersetzt, also die Hörner aufsetzen. Ja. Und ich fand's mega interessant, woher das kommt, jemandem die Hörner aufsetzen. Ja. Ähm, von jemandem die Hörner aufgesetzt bekommen heißt ja quasi, ne, dass, ähm, jemand fremdgegangen ist. Ja. Ähm, kastrierten Hähnen werden ihre Sporen abgeschnitten und zur Kennzeichnung in den Kamm gesetzt, wo sie weiter wachsen und wie Hörner aussehen. Ach! Das heißt, du kastrierst einen Hahn und, ähm, du machst ihm die Sporen ab und setzt die in den Kamm und das sieht man dann und das ist dann quasi die Hörner aufsetzen. Du weißt aber auch, was Kackholding ist, oder? Ja. Die Sexpraktik. Die Sexpraktik, ja. Das ist, wenn, äh, ich glaub, das ist, wenn ich mich nicht irre, ist das so ein Fetisch, dass man als Mann, äh, darauf steht, wenn die Frau von jemand anderem, ähm, mit jemand anderem Sex hat und man dabei zuguckt oder nicht zuguckt. Oder auch andersrum wahrscheinlich auch, ähm, es hat überhaupt keine Rolle jetzt für das. Können wir da noch mehr drüber sprechen? Nee, lieber nicht. Ähm, aber es ist ja auch allgemein auch dieses, ähm, was Alicent sagt, wir herrschen nicht selbst, aber wir lenken die Männer, die es tun, so, wir regieren quasi im Geheimen, im, im, im Stabilen, im Sicheren. Ich fand dieses Argument einfach so äußerst seltsam. So, du hättest Königin sein sollen, wurdest aber übergangen, jetzt lass uns eine weitere Königin übergehen und meinen Sohn zum König machen. Ja, Viserys, dein Cousin, wollte offiziell immer was ganz anderes, aber ich habe in seinen letzten Minuten gehört, dass er doch meinen Sohn auf dem Thron sehen wollte. Ich kann's jetzt nicht beweisen, das ist aber auch hundertprozentig nicht aus Eigeninteresse. Wir Frauen sollten im Geheimen herrschen, also du Queen, who never wars, also die Königin, die niemals war, lass uns noch eine Königin übergehen, äh, unterstützt mich. Und ich sag's dann, was ist das für ein Argument? Was ist hier los? Ja, aber ich mein, Rhaenys, die fällt ja da auch nicht drauf rein. Natürlich. Sie sagt ja auch, dass sie weiterhin im Dienst von ihren, von Männern steht. Also, Alicons Plan ist so ein bisschen, ich find, man kann sich das schon so ein bisschen zurechtlegen, sie argumentiert ja mit all dem, mit diesem, du hast es eben Diss genannt, sie argumentiert ja, dass Rhaenyra und ihre Nähe zu Rhaenyra, ihrer Schwiegertochter, ehemaligen Schwiegertochter, ja ihr nur Leid und Tod gebracht hat und dass es ihr auf der Seite der Grünen besser gehen würde. Aber auch das, das ist doch kein Argument. Das ist eine Vermutung. Rhaenys trägt in dieser Szene auch nicht umsonst schwarz. Ja. Ja. Genau, und fand ich dann auch so ein schönes, so ein Gegenschlag, wie sie dann quasi zu Alison geht und ihr so zuflüstert, ob sie sich nicht mal selber vorgestellt hat, auf dem eisernen Thron zu sitzen. Noch krasser fand ich den Satz, ihr sehnt euch nicht nach Freiheit, sondern einem Fenster in eurem Gefängnis. Ja. Und den Satz fand ich wirklich sehr treffend und sehr schön. Alison bietet Rhaenys ja sogar Driftmark an und Rhaenys fragt nach ihrem Drachen, Melais, ich weiß immer, ich hab das, ich lese den immer und dann höre ich den und ich kriege den immer noch nicht hin, nennen wir ihn einfach Malaria. Malaria, also hier wird ja dieser Drache bereits quasi eingeführt, aber wir wissen ja eh auch ganz genau, die Grünen wissen, was für eine Wucht Rhaenys ist, nicht nur wegen ihrem Standing als Frau von Corlys und ihrer Macht und ihrer Bedeutung im Reich, sondern auch einfach, weil sie eine Drachenreiterin ist. Genau. Und ihr Drache, Malaria, ist halt einfach kampferprobt, kampferfahren, alt, aber halt auch extrem wendig und schnell. Ja. Das ist, glaube ich, der schnellste und wendigste aller Drachen oder sowas. Und er hat diese Folge seinen großen Durchbruch. Ich glaube sie, aber ja. Ja, der Drache. Ja, ich weiß, das ist immer, aber mich korrigierst du immer, ne? Ja. Okay. Und Rhaenys wird weiterhin gefangen gehalten. Und sie soll dann quasi klingeln, wenn sie sich umentschieden hat. Ja. Und damit wechseln wir zurück ins Flohloch. Eamon und Christon suchen weiterhin, oder sind weiterhin auf der lustigen Suche nach Aegon und treffen zufällig, das war schon krass, zufällig auf Otto, Mysaria und die Eryx, die auf einem Platz sitzen, offen für alle und über Aegon reden. Sorry, aber das ist wirklich nicht gut geschrieben. Ja. Da kann mir niemand was erzählen. Das ist sehr convenient. Das ist extrem convenient. Otto spricht mit dem Weißen Wurm, Also Weißer Wurm auch hier wieder mal in, also ich hasse Mysaria. Ich sag's einfach offen raus. Ich hasse Mysaria. Ich find den, ich beneide alle, die die Serie nur auf Deutsch gucken, weil da ist die, spricht sie noch relativ normal und es fällt nicht so negativ auf. Im Originalton ist sie unerträglich. Ja. Dieser Akzent ist unerträglich. Ich, ich, also meine Vermutung ist, dass wenn ich irgendwann mal sterbe und in die Hölle kommen sollte, wird sie da auf mich warten und mir bis in alle Ewigkeit diesen Akzent ins Ohr flüstern. Ja, die wird ja immer so ein, so eine Bedienungsanleitung für einen Staubsauger mit ihrem Akzent vorlesen. In diesem Akzent, ja. The serenity of this accusation. This is incredible. Ich find den furchtbar. Oh Gott. Ich find aber auch, ich fand ihr Motiv in dieser Szene, fand ich so, das kam für mich so komplett aus dem Nichts, dass sie jetzt sich für die, also gegen die Ausbeutung von Kindern im Flohloch einsetzt. Ja. Also klar, wir wissen ja, dass sie auch in Sklaverei und so aufgewachsen ist, aber woher kommt das jetzt so plötzlich? Ich fand das einfach irgendwie so weird und so reingepresst. Ja. Allgemein, wir müssen jetzt doch abwarten, wie sich Misaria einfach entwickeln wird in der Serie, weil offensichtlich wird's nicht so wie in den Büchern gemacht. Sie geht auf jeden Fall einen Deal ein mit Otto, denn sie hat den Prinzen angeblich sicher verstaut. Ja. Sie sagt auch sicher verstaut, nicht? Sie sagt sicher verstaut. Und sie hätte Aegon so leicht töten können wie eine Wespe auf Obst. Was ist das für ein Cooler Hochroch, der noch nie gehört hat? Tja. Jonas. Das ist der dümmste Vergleich, den ich je gehört habe. Jonas, lass mal FIFA spielen. Ich mach dich platt wie eine Wespe auf Obst. Ja. Oder ähm... Stell dir vor, hier die große Schlacht von Minas Tirith. Der rohe Riemenrücken an. Theoden hält seine Rede. Wir werden die Orks töten wie eine Wespe auf Obst. Ja, Otto gibt Mizaria einen großen Haufen Geld und Mizaria spricht von der Macht des Volkes. Naja, an dieser Stelle. Und man soll sich daran erinnern, wer Aegon versteckt hat. Denn scheinbar ist das das Wichtigste, was im Reich passiert, wer Aegon wo versteckt hat. Verstaut. Verstaut hat. Ich dachte mir auch so, die machen alle so ein Riesending aus. Aegon, wenn der gestorben wäre, dann hätten sie halt Aemon zum König gemacht. Ja, wär eh besser gewesen. Wär eh besser gewesen. Also, das wurde ja auch sogar in dieser Folge eine Szene vorher oder ein paar Szenen vorher von Aemon selbst so gesagt. Also, deswegen verstehe ich nicht, warum um diese Suche um Aegon so ein Riesentrubel gemacht wird. Aber gut, nehmen wir einfach mal so hin und wechseln zum Glauben an die Sieben hinein in die Septe, die Eryx betreten, diese große Septe, denn hier ist Aegon versteckt. Verstaut. Verstaut. Es gibt einen wunderschönen Shot von oben auf diesen Tisch in der Mitte und deswegen konnte ich die Kerzen sehr gut zählen. Okay. Ja, wie viele? 229. Oh Gott. 229. Hat das eigene Bedeutung. 229. Also, die Sache ist, das ist halt auch, man kann das nicht immer so genau erkennen. Und ich zähle auch immer die Kerzen, die auch nicht an sind. Und manchmal sind die auch durch das Wachs so miteinander verschmolzen. Da muss man auch gucken, ist das jetzt eine Kerze oder sind das zwei? Schwierig. Aber jetzt mal eine ganz ehrliche Frage. Ja. Warum wird der genau da verstaut, wo er auch quasi die ganze Zeit auch weggehen könnte? Also, warum ist das gerade hier verstaut worden und nicht irgendwie in so einem Zimmer eingeschlossen worden oder so, dass das halt sicher ist? Weil er hätte ja jederzeit gehen können. Also, ich glaube, was so ein bisschen erzählt wird, aber ob das plausibel ist, ist eine andere Frage, dass Misaria ihn halt da versteckt, wo ihn niemand erwartet. Ach so, ja. In einer Septe. Ja, okay. Ja, aber, also, nur weil's ironisch ist, macht's das ja nicht plausibel. Ja. Also, trotzdem stelle ich halt die Frage so, also, ich bleibe dabei, ich find dieses Bodycop-Abenteuer einfach schwachsinnig. Ähm, eine Sache hab ich noch vergessen, es gibt ja nicht nur die Kerzen auf dem Tisch da in der Mitte, es gibt noch 63 drumherum, die hab ich auch gezählt. Also, wir sind bei fast 300 Kerzen. Ähm, genau. Ja, im Buch ist das alles nicht so. Das ist alles nicht darin. Das ist alles erfunden. Das ist alles erfunden. Auch dieses, wer Aegon zuerst findet und so weiter, das ist alles Quatsch. Es gibt auch nicht so diese Spaltung zwischen den Grünen, wie das hier so dargestellt wird. Die sind halt alle auf einer Seite. Komplett auch auf einer Linie und versuchen das durchzusetzen. Und ich find das schon gut, dass sie hier versucht haben, irgendwie Konflikte reinzubringen und so weiter. Warum haben wir dieses Bodycop-Ding? Gut, sei mal dahingestellt. Aegon versucht auch abzuhauen und sich von seiner, das ist aber tatsächlich auch im Buch, dazu kommen wir gleich noch, denke ich. Aegon ist auch im Buch eigentlich nicht derjenige, der auf den Thron möchte. Nee, der hat gar keinen Bock. Genau, der wird aber überredet, aber nicht von, aber da kommen wir gleich dazu in der Kutschszene. Und er versucht abzuhauen. Damit landen wir vor der Septe, wo Aemond und Christon den beiden Eriks auflauern. Die haben ja natürlich zufällig auf dem Platz mitgehört, dass die, wo die sind. Sorry, aber das ist wirklich, also das ist so schlecht geschrieben. Es tut mir leid. Die hören den zufällig auf dem Platz, treffen die die, wo die frei darüber reden und hören denen zu oder folgen denen oder folgen denen und die Ritter der Königsgarde checken das nicht und das ist alles so, das ist alles so zurecht gebogen. Das muss nicht sein. Das ist ja, das ist das, das ist so künstlich versuchen, Spannung aufzubauen. Ja, voll. Und ich mag's nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag's nicht. Ich find das auch schlechter geschrieben als so manch, als alle anderen Folgen bisher in dieser Serie. Muss ich ganz offen sagen. Ist zumindest meine Meinung. Wie gesagt, vielleicht entgeht uns da was, dann bitte gerne in die Kommentare. Aber ja. Sir Cole zieht, also Captain Sauerkraut zieht sein Schwert und sagt, es freut mich sehr, mein Freund. Im Deutschen, im Englischen sagt er übrigens, I do regret this. Also ich bedauere es wirklich. Fand ich auch verrückt, dass das einfach, also ist da die Bedeutung einfach so komplett umgedreht wurde. Also von ich bedauere das, was hier gerade passiert, hinzu es freut mich sehr. Das ist schon ein sehr weiter Schritt. Aber vielleicht meinten die das hier so ironisch. Oder dass er es ironisch meint, so mit I do regret this. Der sagt, also ich weiß nicht. Aber er freut sich ja schon so ein bisschen gegen ihn zu kämpfen. Ja, definitiv. Der will ja immer zeigen, was für ein toller Schwertkämpfer er ist. Definitiv. Aber er sagt ja schon, also ich habe das schon auch wahrgenommen. Der sagt ja, verstehe mich nicht falsch, ich kämpfe gerade wirklich gerne gegen dich. Aber ich bedauere das schon auch ein Stück weit, weil ich dich in irgendeiner Form respektiere oder mag. Auf jeden Fall haut Aegon ab. Es kommt zum Kampf zwischen Christon Kraut und Arik. Ja. Der andere Bruder, Arik, guckt zu. Der andere Tittensword, der guckt zu, nämlich Arik. Aegon spuckt Aemond an. Christon schlägt Arik das Schwert aus der Hand. Aegon sagt, er möchte nicht herrschen. Er möchte davon segeln, so wie Laenor. Aber er wird natürlich zur Königin gebracht. Ja. Möchtest du noch was zu dieser Szene vor der Septe sagen? In den Büchern sagt ja Aegon auch, dass seine Schwester die Thronerbin wäre. Also Rhaenyra. Das hat er ja auch hier in der früheren Folge gesagt. Also er sagt ja im Buch auch wirklich so, was wäre ich für ein Bruder, wenn ich meiner Schwester das Geburtsrecht nehmen würde oder so was. Und das ist im Buch, im Buch ist es Sir Christon, der Aegon dann überredet. Aber auch mit dem Hinweis, und das ist ja auch so wichtig, dass wenn Rhaenyra Königin wird und Daemon King Concert ist, also der First Man quasi, dass dann alle Grünen einfach umgebracht werden. Da sind die sich einfach hundertprozentig sicher. Und das ist es, was Aegon dann auch überzeugt, doch sich auf den Thron zu setzen. Ja. Also sonst hab ich nichts mehr. Gut, Otto's gemacht. Alison stellt ihren Vater zur Rede. Otto schreibt einen Brief, und ich hab ein herrliches Meme gesehen, weil er dann so das Ding zusammenrollt und so. Und dann steht da einfach nur Otto rolling a fat one oder irgendwie so was, weil es so aussieht, als würde er sich eine Tüte drehen. Das fand ich irgendwie sehr witzig. Alison kommt herein, und Otto bezeichnet dieses gesamte Ding ein Spiel. Ähm, Alison wirft ihrem Vater vor, dass er sie ausgenutzt hat. Ich saß da und dachte mir, Alison, du erkennst das jetzt erst? Nachdem dich dein Vater zum König geschickt hat, um ihn zu verwöhnen vor einem Jahrzehnt oder wann auch mal das war? Zu trösten, ja. Zu trösten. Das ist so, die Leitung ist wirklich sehr, sehr lang bei Alicent. Sie möchte nicht akzeptieren, dass Rhaenyra umgebracht wird. Sie möchte eigene Bedingungen nach Drachenstein schicken, solche, die Rhaenyra ohne Gesichtsverlust annehmen kann. Bei denen ich mir gedacht habe, wie sollen die aussehen? Was sollen das bitte für Bedingungen sein? Aber die werden nicht erwähnt. Oder hast du da eine Theorie? Nee. Ich glaub, die hat sich das nicht so richtig überlegt. Ja, das Gefühl hab ich nämlich auch. Ich find das interessant, dass sie ja quasi grad das Gleiche macht wie ihr Vater und auch ihren Sohn als Schachfigur benutzt. Auch die ganze Zeit. Auch Laris und Sir Christon und natürlich. Also, sie macht ja genau dasselbe. Das ist wieder diese Scheinheiligkeit von Alison, ja. Andererseits mag ich diesen Moment, wo sie so wirklich für sich so erfasst, dass sie eigentlich gar nicht weiß, was sie selbst will. Ja. Weil sie immer nur das gemacht hat, was ihr Vater gemacht hat. Und vielleicht ist das oder war das auch so ein Grund dafür, warum sie Rhaenyra nicht so gemocht hat. Weil Rhaenyra immer ganz genau wusste, was sie will. Absolut. Und Alicent ist ein privilegiertes, rumplarrendes, kleines Gör. Es tut mir leid, aber das ist wirklich, also meiner Meinung nach ist das wirklich so. Das ist teilweise dieses Rumgeheule von ihr, das find ich manchmal unerträglich. Ja. Und Otto benutzt natürlich dann wieder dieses klassische vorgeschobene Argument, dass er, er will natürlich nur Stabilität im Reich, so. Ja. Aber eigentlich will er die Macht. Ja. Und Alicent ernennt Käpt'n Sauerkraut zum Lordkommandant der Königswache. Sie hat ihn ja in der Hand. Und ja, sie sagt, am nächsten Tag soll Aegon gekrönt werden. Aegon soll die Kröne von Aegon, dem Eroberer, tragen und auch dessen Schwert Schwarzfeuer. Lass uns drüber reden, lass uns direkt rein in die Lore, in die Materie. Geil, wie zwei schöne Game-of-Thrones-Fans, die über Gegenstände sprechen, die hier eigentlich bisher noch keine Rolle gespielt haben. Wie zwei Wespen, die zusammen auf Obst sitzen. Ah, schön. Aegons Krone war einmal aus valyrischen, was heißt war, die gibt's ja immer noch, die ist aus valyrischem Stahl. Und eigentlich hat die so ganz viele eckige, große Rubine drauf, die so einmal um den Kopf herumgehen. Ähm, das ist hier nicht so. Hier ist nur einer ganz vorne drauf. Hier ist nur so ein ganz kleiner, winziger Rubin vorne drauf, fand ich sehr schade. Ähm, diese Krone wurde bis dahin von Aegon, Aenys und Maegor getragen. Man muss ja dazu sagen, in dieser Welt von Eis und Feuer, die Krone, die gewählt wird, verrät immer auch so ein bisschen was über den Träger. Ja. Aegon wählte zum Beispiel valyrischen Stahl einmal, um zu zeigen, dass er nichts so zu protzen braucht, wie die Könige der Königreiche, die er so erobert hat. Auch wenn die Krone vollgesprengelt war mit Rubinen. Mit Rubinen, ja, allerdings. Ähm, gleichzeitig ehrt Aegon ja damit auch seine Herkunft mit dem valyrischen Stahl. Ähm, ja, aber also, ne, man muss ja auch bedenken, nicht nur Aegor trug diese Krone, auch Maegor. Also, so viel, es ist aber natürlich, unterstreicht es den Anspruch von Aegon, sowohl mit dem Namen als auch mit dieser Krone, ähm, auf dem Thron zu sitzen. Finde er hat auch immer, wenn die irgendwo vorkommt, das hat immer was Kriegerisches. Auf jeden Fall. Und das Schwert Schwarzfeuer, das ist ein legendäres Targaryenschwert, wie Dunkle Schwester das Schwert, das das Daemon zurzeit trägt. Äh, Schwarzfeuer verbrannte tatsächlich mit Aegons Leiche, der von einem Drachen, äh, verbrannt wurde. Ich weiß grad noch nicht mal, war es Veigar? Wurde Aegon von Veigar verbrannt, die Leiche? Weißt du das? Hast du das im Kopf? Ähm, ja, ich glaub schon. Müsste Veigar gewesen sein, ne? Ich weiß es nicht. Von seiner Schwester wurde er quasi verbrannt. Ähm, und dieses Schwert, mit dem er begraben wurde, überstand aber das Drachenfeuer, wurde angeblich so ein bisschen dunkler, aber dieses Schwert existiert immer noch und wir werden später auch sehen, es wurde sehr, sehr cool umgesetzt. Aber es wurde ja auch schon mal gezeigt, das hatte ja Biserys schon in den vorherigen Folgen manchmal so. Ja. Genau, das ist dieses Ding, das so komische, diesen Griff hat. Aber es ist einfach geil, es ist so, Alper und Jonas mögen coole Gegenstände aus Horti. In den Haus der Weggel. Äh, genau. Otto sagt, Alicent sehe ihrer Mutter ähnlich und hat einen weirden Moment. Sehr weird. So viel zu Alicent's Plan. Oh, wir herrschen über die Männer im Geheimen, weil Otto zeigt ja damit auch, dass er immer noch ein Kind in ihr sieht. Ja. Aber wir wissen auch, dass Otto, also das ist so die einzige Sache, glaube ich, die man über die Mutter von Alicent weiß, dass Otto sie sehr geliebt haben muss. Und ich glaube, das war's auch quasi. Ich glaube, mehr weiß man gar nicht über die Mutter. Das ist die einzige, einzige Charaktereigenschaft von dieser Figur. Ja, absolut. Und ne, das ist Alicent auch zu viel, der hat keinen Bock mehr, deshalb geht sie jetzt zurück in ihr Gemach. Ja. Und da wartet schon der nächste Idiot auf sie. Absolut. Damit kommen wir zu Footgate. Footgate. Lord Laris wartet mit seinem Löris auf Alicent in ihrem Gemach. Er hat etwas herausgefunden. Und wir sehen einen sehr, sehr auffälligen Shot auf seinen Fuß, seinen deformierten Fuß. Er setzt sich auf die Bank. Alicent findet es ein bisschen weird, Laris zu treffen. Zumindest sagt ihr Blick so viel. Denn wir werden später herausfinden gleich, warum. Sie sagt ja auch zu mir, es ist schon spät, Lord Laris. Dasselbe übrigens, was sie auch schon zu Viserys gesagt hat, als er sie quasi für ein Schäferstündchen in sein Gemach hat rufen lassen. Also Alicent ist auch wirklich ein Mensch, die im Gegensatz zu Rhaenyra und Daemon gar keinen Gefallen an Sex empfindet, weil sie einfach die Gegebenheiten nicht hat, um angenehmen Sex zu haben. Ja. Sie bezahlt, sie benutzt Sex, sie bezahlt für die Information, die Laris hat, indem sie erst mal ihre Füße auf den Tisch legt. Laris berichtet von einem Netz aus Spionen und Rhaenyra bezeichnet er dabei auch als die Weberin. Ähm, möchte nur grad sagen, im Deutschen wird Weberin gesagt. Im Englischen gibt's ja kein Geschlecht bei Weaver, also es könnte eventuell auch irgendwie jemand anderes sein oder Daemon oder was weiß ich, nur als Hinweis. Aber es passt auch so ein bisschen zu dem, was Helena in Folge 7 auf der Trauerfeier von Lena auf Driftmarkt gesagt hat. Drachen aus Fleisch, weben Drachen aus Garn, Hand am Webstuhl. Also auch hier, ne, wird vom Weben gesprochen. Und Alison zieht ihre Strümpfe aus. Jonas, endlich wissen wir. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was will eigentlich Lord Laris als Gegenleistung? Hättest du das gedacht? Dass das jetzt das ist? Jonas, ich frag dich mal so. Du hast Laris mal als Bond-Bösewicht bezeichnet. Ja. Wie sehr würdest du das jetzt noch unterschreiben? Ich würde von meinem Statement von damals zurücktreten. Okay, besser ist das. Oder das ist ein Bond-Film, der von Quentin Tarantino gedreht wurde. Ja, absolut. Lord Laris sagt, dass Talia, die Bedienstete von Alison, das Hausmädchen, nee, wie heißt das, die Kammerzofe, eine Spionin ist und dass es wahrscheinlich noch mehr gibt. Laris schlägt vor, dass Rhaenyra getötet wird und bietet das ihr auch an. Ja. Dann beginnt er an seinem hohen Turm zu spielen. An seinem Haarenhall? An seinem Haarenhall. Ja, also man muss wirklich sagen, da hat jemand, also das ist wirklich krass. Ja, ich bin ein bisschen überfordert. Also um Himmels Willen, ich möchte überhaupt kein Kingshaming in irgendeiner Form betreiben. Kingshaming ist, wenn man sich über den Fetisch einer Person in irgendeiner Form lustig macht, was ich auch immer einfach scheiße finde, weil die Person nichts dafür kann. Ja. Und solange da irgendwie das nicht sich über irgendwelche Grenzen drüber geht oder also wenn alle irgendwie damit einverstanden sind, dann geht mich das auch einfach nichts an. Deswegen, also mir geht es gar nicht irgendwie darum. Ich sage nur so viel, dass Klumpfuß einen Fußfetisch hat, das ist so ein bisschen, aber das ist auch so platt. Ich saß da und dachte, ja, ich habe es kapiert. Ja, aber glaubst du, dass das wirklich jetzt so ein ausgewachsener Fußfetisch ist und nicht auch vor allem ein Machtfetisch? Ja, das ist die Königin, ja. Das ist die Königin, die ihm ihre Füße zeigt und er wedelt sich vor ihr quasi ein. Absolut. Nee, bin ich voll bei dir. Die Königin prostituiert sich für ihn. Das ist definitiv wahr. Aber es ist ja, vielleicht ist es auch einfach beides. Ich habe noch ein paar Funfacts mitgebracht. So Fußfetisch. Die russische Zarin Anna Leopoldowna, die Beschäftigte sechs Fußkitzler. Oh, okay. Ja. Das ist wie, war das, ich glaube, es war Mariah Carey, die jemanden hatte, der ihr Nippel macht. Also spitze Nippel. Okay. Für Musikvideos und sowas. Aber nicht sechs, sie hatten ja nur eine Person. Ja, ja. Die Zarin hat sechs Personen. Und Funfact Nummer zwei. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich glaube, ich habe einfach Fußfetisch gegoogelt. Also mein, bei House of the Dragons, so meinen Google-Verlauf, den sollte man sich auf gar keinen Fall mal anschauen. In China galt der Lotusfuß als ein Schönheitsideal, bis er in den 40ern, glaube ich, von Mao Zedong verboten wurde. Was ist denn der Lotusfuß? Das, da wurde Mädchen die Füße gebrochen und so deformiert, dass die kleiner aussahen. Oh Gott. Aber wenn du dann auch so Bilder siehst, wie die gebrochen wurden, das ist wirklich so längst und dann so hoch gebogen. Das ist schon ... Ich google es gerade und das ist wirklich, wirklich, äh ... Huiuiuiuiuiuiuiui. Das ist kein schöner Anblick. Ja. Ja, okay. Genau, das waren meine zwei Funfacts. Das ist noch mehr über Füße sprechen, Alper. Das war Lotusfuß hätte ich gerne nicht gegoogelt. Ähm, ich möchte nur noch mal sagen, einmal mehr zeigt Alicent, die den siebenzackigen Stern auf der Brust trägt, ihre Scheinheiligkeit, während sie sich gerade an den Lord von Harrenhal, der seinen Bruder und seinen Vater in einem Feuer brutalst ermordet hat, ihre Scheinheiligkeit, er prostituiert sich an ihn und, äh ... Ja, was soll man dazu sagen? Kommt übrigens alles in den Büchern natürlich nicht vor, das sollte man vielleicht hier noch erwähnen. Also dieser Fußfetisch ist, äh, meiner Meinung, also meines Wissens nach in keinem Buch in irgendeiner Form von George R. R. Martin niedergeschrieben worden. Der offizielle Lore. Ja. Ich hab mir dann auch so gefragt, ich hab mich gefragt, wie diese Vereinbarung zwischen den beiden zustande gekommen ist, was das für ein merkwürdiges Gespräch gewesen sein soll. Wann gab es dieses Gespräch und warum wurde es uns vorenthalten? Ja, ich hätte es gerne gesehen. Und wieso die, wieso die genauen, ähm, Gegebenheiten sind, so, du für, quasi für so ein, einmal den Fuß anschauen, gibt's einfach Infos. Eine Info. Ja. Beide Füße, drei Infos. Ja, und für einen Mord quasi quasi ein Wank. Ein Wank pro Mord. Genau. Und vor allem, ich find's auch witzig, ähm, Veymon Velaryon, ne, der Typ, der seit letzter Folge kopflos ist, der nannte im Thronseil noch Rhaenyra eine Hure. Ne, also, ähm, wie hier die Realität ist. Gut, sollen wir ins Gästezimmer zu Rhaenys, äh, wandern? Äh, genau. Es gibt, äh, noch eine kurze Montagesequenz. Ja. Der kurzen Papierzeckner. Ach ja, Leute gucken in der Gegend rum, ja. Genau. Egon hat ein Katerfrühstück, Otto überlegt im Dunkeln, Aemond überlegt am Feuer und Alicent überlegt alleine im Zimmer und knibbelt an ihren Fingern. Und damit kommen wir in Rhaenys Gemach. Ja. Die gute Rhaenys wird von Sir Eric, dem E, aus ihrer Gefangenschaft befreit. Ähm, Eric hat auch extra sein Königsgarten-Outfit angezogen. Ja. Weil, ist eigentlich ziemlich clever, weil, clever, ist sehr clever, was der macht, sehr clever, was er macht, weil er hat ja automatisch Sonderrechte, wenn er in so einer Rüstung rumrennt. Und, weißt du, was nicht so clever ist? Von Otto und Alicent, dass da scheinbar nur eine Wache vor der Tür steht, die Eric problemlos entmachten kann. Ja. Das ist, finde ich, schon krass. Findest du? Ich finde, eine Wache ist eigentlich in Ordnung. Also, ich meine, die wissen, wen sie da in ihrer Hand haben. Eine Drachenreiterin mit einem krassen Drachen, eine mächtige Verbündete von Rhaenyra. Und ich find's sehr einfach, wie Eric sie einfach befreit. Ja, aber guck mal, vielleicht sind auch zwei davor und das hört man nicht. Und, ich meine, er ist ein Ritter der Königsgarde. Der hätte ja jeden besiegt. Also, das hat mich jetzt nicht so sehr aufgeregt. Hätte man die Tür nicht absperren können? Die war doch abgesperrt. Ja, und wie hat er die geöffnet? Mit einem Schlüssel? Wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht. Ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht. Aber, gut, nee, ich geb dir recht. Ich geb dir recht. Du hast recht. Wahrscheinlich standen zwei Typen davor. Man hört nur einen, der niedergeschlagen wird. Weil Eric einfach krass ist. Ja, du hast recht. Eric ist krass. Eric ist krass. Und damit kommen wir zu einer der Fragen, die du am Anfang der Folge gestellt hast. Ja, welche? Mit Lord Casswell, den wir jetzt erhängt mitten im Roten Bergfried sehen. Genau. Sehr interessant. Auf jeden Fall. Sehr interessant. Natürlich, ne, als warnendes Beispiel für Leute, die sich nicht den Grünen angeschlossen haben. Innerhalb der Burg für die Adeligen, meinst du? Weil ich hatte mich gefragt, warum macht man das nicht außen an den Burgmauern oder komplett weit draußen? Das sehen ja die Leute dann. Ich meine, das ist ja alles noch quasi so quarantänemäßig innerhalb des Roten Bergfrieds. Und die Lords und Ladies, die natürlich ihr Knie gebeugt haben, jedes Mal werden die daran erinnert, wenn die daran vorbeigehen. Ja. Das kann er noch nicht, das darf er noch nicht aus dem Roten Bergfried entweichen, diese Info. Ja, das stimmt schon. Ich hab mich aber schon gewundert, die Adeligen haben alle ihr Knie gebeugt. Und alle, die es nicht getan haben, wurden eingekerkert. Die Bediensteten sind in den schwarzen Zellen. Ich hab mich schon gefragt, warum genau wurde Lord Casswell hier im Burghof aufgefangen? Aber gut, nehmen wir es als Warnung für die letzten Adeligen. Also natürlich, es ist eine düstere Serie, natürlich. Wenn jemand öffentlich gehängt wird, ist es ja immer extrem krass. Ja, aber ich dachte mit öffentlich, warum dann nicht vor den Burgtoren eventuell? Aber das wäre dann wahrscheinlich auch schon zu verräterisch gewesen. Ja, wahrscheinlich. Und in den Büchern wurde er ja auch geköpft. Ja, und dann wird der Kopf aber auch draußen an den Stadtmauern, also an den Burgmauern aufgespießt. So wie es quasi auch so Tradition ist. Wie es Tradition ist. Deswegen meine ich. Also ich fand's schon so ein bisschen weird, dass er da drinnen aufgehangen wird. Aber ich meine, das ist jetzt keine Kritik. Darauf geschissen. Aber wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich glaube auch, das war dann so, also wie er gestorben ist für den Richter des Königs. Das war für den so einfach wie eine Wespe auf Obst zu töten. Auf jeden Fall, ja. Wie vielleicht sogar zwei Wespen auf Obst. Und dann laufen sie verkleidet an Valerions Schädel vorbei an 75 Kerzen. Und dann fragt Rhaenys, wo sie sind. Und Eric Eric sagt, sie sind südlich vom Königsweg. Und hier, Vorsicht! Obacht! Im Deutschen, im Englischen gibt es den Kingsway und Kingsroad. Und wir sprechen da von zwei unterschiedlichen Wegen. Im Deutschen gibt's scheinbar nur den Königsweg. Denn natürlich gibt es den großen, langen Königsweg, der von Sturmkapp über Königsmund bis hin in den Norden führt. Bis nach Winterfell. Bis nach Winterfell. Wo auch, ich meine, Robert Baratheon reitet ja über die Kingsroad, über den Königsweg, um die Starks zu besuchen. Auf Deutsch ist das der Königsweg. Ja, aber es gibt auch den Kingsway. Und das ist so eine kleine Straße, die halt nur in Königsmund existiert. Kingsway ist aber eben nicht dieser, also die sind nicht südlich vom Königs, von der Kingsroad. Die sind südlich vom Kingsway. Und deswegen, da muss man im Deutschen vorsichtig sein. Und das wahnsinnig. Das finde ich so ein bisschen schade, weil das kann man doch nicht beides Königsweg nennen. Also das wirkt einfach so in der Synchro, ah, Kingsway übersetzen wir in Königsweg. Ohne halt zu bedenken, es gibt schon den Königsweg. Das ist nämlich die Kingsroad der Königsweg. Das verstehst du mein Problem mit der deutschen Synchro hier in dieser Szene. Ist völlig egal im Endeffekt. Ich meine, er sagt ja auch, er bringt sie zum Schwarzwasser. Und dann wissen wir ganz genau, über den Schwarzwasser kommt man nach Drachenstein, Driftmark, was auch immer. Genau. Gut, wollte nur sagen, dass das ein Fehler ist in der deutschen Synchro. So. Nicht Fehler, aber eine Ungenauigkeit. Ja. Und wir sehen dann auch in der nächsten Szene, dass ein Haus brennt in Königsmund. Ja. Und online gab's da schon so ein bisschen Fragen. Was ist denn das für ein Haus? Kann man relativ leicht rausfinden, indem man das, indem man sich nochmal die Folge davor ankommt. Folge davor oder Folge sieben? Weiß ich gerade nicht. Folge 8. Also in der letzten Folge auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall ist es das Haus, Gasthaus, Bordell, was auch immer von Mysaria. Genau. Ich meine, das wurde ja auch erzählt, ich meine, Alicent musste ja ihre Füße zeigen, Larys Kraft ist dafür bekannt. Leute, das ist ein Feuerteufel. Ja. Meinst du, es war über den Weg oder glaubst du, dass Otto, statt den Deal einzuhalten und den Kinderfightclub zu beenden, dass er sich einfach so an ihr ... Ich glaub, das wär zu aufwendig gewesen. Einfach dafür so. Ja, sie will was von mir, dafür brenn ich sie. Naja, ich glaub, Mysaria ist ja nicht da, aber so als Warnung lastig, ich weiß es nicht. Aber ja, es ist auf jeden Fall Mysarias Haus. Aber das wird ja auch, das wird ja hier mit so einem Bild erzählt. Und es ist ja kein Zufall, dass online Leute gar nicht verstanden haben, wessen Haus da brennt. Also das hätte man auch vielleicht so ein bisschen ausführen können noch. Da hätte man, wie in einer anderen Serie, einfach so eine Texteinblendung, die man einblenden will. Ja. Ja. Auf den Straßen von Königsmund sind Rainis und Eric jetzt unterwegs. Und das Volk von Königsmund wird zur Drachengrube getrieben. Und die beiden werden natürlich getrennt. Ist natürlich klar. Rainis sagt ja noch, sie will ihren Drachen nicht zurücklassen. Und Eric sagt ihr, dass man sie nicht reinlassen würde. Und man würde sie sofort erkennen. Was aber nicht der Fall ist später. Ähm, sind ja verkleidet. Und wir sehen, dass die Goldröcke das Volk durch die Straßen scheuchen. Das hast du ja gerade schon gesagt. Und parallel wird in der Drachengruppe quasi die ganzen Utensilien für Aegons Krönung bereitgelegt. Unter anderem eine Schriftrolle. Schriftrolle. Mit sehr viel Text. Sehr viel, sehr viel Text. Wo einfach, ja, ich hab mich hingesetzt. Ja, ich hab mich auch hingesetzt. Ich hab's auch übersetzt. Warum hast du nicht abgesprochen? Ja, dann hätte ich mir viel Arbeit gespart. Wer, wer möchte? Möchtest du? Aber wir lesen jetzt nicht alles vor. Ich hab so ein paar Ausschnittweise. Wenn wir alles vorlesen, sitzen wir bis morgen hier und es ist einfach nix Spektakuläres. Äh, ja, ich, ich würde jetzt mal, also, es wurde ja, rechts ist ja auch einiges abgeschnitten, deshalb. Man erkennt's nicht. Man erkennt nicht alles. Aber es werden quasi immer so, die Sieben werden angerufen. Es wird immer quasi so, äh, darum gebeten, dass der König und seine Königin, dass die, äh, dass es denen gut geht und bla bla bla. Ähm, es gibt aber so Wir ehren eure Weisheit. Wir danken für eure Gnade und eure Anmut. So ein Scheiß steht drin. Ja, genau. Möge der Fremde darauf verzichten, ihn zu besuchen, den König, bla bla bla. Ähm, ich hab aber ein, zwei Sachen, die fand ich ganz interessant. Mhm. Äh, lass mich einmal kurz hier schauen. Äh, also, da stehen dann so ... Genau, es gibt, ähm, wie hast du das übersetzt mit Seven, Seven Above? Ich hab geschrieben, sieben über uns. Über uns. Ich hab sieben im Himmel. Sieben im Himmel, ja, irgendwie sowas, ja. Äh, wir unterwerfen uns der Weisheit eures Urteils. Wir gedenken an diesen Tag der Katastrophe, die die Septe heimgesucht hat. Und das fand ich sehr interessant, weil, ähm, wo diese Drachengrube gerade steht, da stand früher die Gedächtnis-Septe, die von Maegor mit Balerion abgebrannt wurde. Ja. Deshalb fand ich das ganz interessant, dass man nochmal so ein Callback dazu ... Und Maegor hat dann die Drachengrube angefangen, da drauf zu platzieren und da zu bauen. So, er nannte es, glaub ich, noch einen Stall für Drachen oder sowas. Ja. Ja. Genau, ähm, und es gibt noch so der letzte Satz, unverteidigt uns vor unseren Feinden. Fand ich auch sehr interessant. Ja. Ja, und ansonsten steht da halt so Sachen drin, wie möge der Krieger seinem Schwert Kraft verleihen und, äh, das Blut seiner Feinde ist im Boden, ihre Schwerter bilden den Thron und, äh, also es ist wirklich nicht so interessant, da ist auch kein, kein größeres Easter Egg oder sowas drin. Ja, das klingt wie so Texte, die man auch in der Kirche hört. Genau. Gelobet sei der Herr, für uns und mit uns. Keine Ahnung. Kannst du das nochmal auf Badisch machen? Gelobt sei der Herr, Friede sei mit uns, Kerle. Äh. König Elgons Krone wird bereitgestellt. Sie hat, wie gesagt, nur einen winzigen Rubin vorne drauf. Ich hatte da zuerst sogar die Vermutung, ob die einfach vielleicht in Feuer und Blut reingeguckt haben und, äh, da sind ja die Zeichnungen, ich weiß nicht, wie es in den englischen Versionen ist, ähm, aber die sind ja einfach nur schwarz-weiß und dachten, okay, so bauen wir das jetzt und deswegen fehlten vielleicht die Rubine in Rot. War so eine Vermutung von mir. Aber gut. Und, äh, auch noch wichtig, ähm, Öle werden eingeschüttet, weil, ähm, Könige... Die Salbung. Genau, werden mit den sieben Ölen gesalbt. Äh, die werden auch bei Taufen oder auch beim Ritterschlag verwendet. Ja. Und das ist auch so, wie ich das gelesen habe, diese Salbung ist mit der wichtigste Akt bei einer Königsernennung. Ja. Hier könnte man noch die Frage stellen, was passiert denn jetzt eigentlich mit der Krone von Viserys, denn die liegt ja auf seinem einbalsamierten Körper. Ich möchte nur sagen, ich bin gespannt, ob die in, äh, der Serie noch eine Rolle spielen wird. Ähm, das ist jetzt kein Spoiler oder sowas, aber, ähm, ja. 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 Krone ist wichtig. Gut, dann der Weg zur Drachengrube. Aegon heult rum, seine Mutter redet auf ihn ein, denn Aegon freut sich gar nicht über seine Krönung. Hier ist es ja... Hat auch noch so einen richtig fetten Schrammen im Gesicht. Hier ist es ja die Mutter, die ihn überredet. Im Buch war es, wie gesagt, Christon Kraut, der ihn darauf hinweist, dass Rhaenyra ihn töten wird, wenn er nicht König wird. Ähm, und selbst Aegon sagt, dass Viserys 20 Jahre Zeit hatte, um ihm das mitzuteilen und dass er das auch nicht glaubt, das, was Alicent da die ganze Zeit behauptet. So, nach 20 Jahren in der letzten Minute wird er sich nicht umentscheiden wollen. Absolut. Aber Rhaenyra öffnet dann eine Kiste und der Dolch ist darin enthalten. Jonas Markuhle, Gegenstände aus House of the Dragon, aber den Dolch kennen wir natürlich aus vielen, vielen Folgen bisher. Was ich noch interessant fand in dieser Szene, wir sehen, dass das Targaryen Wappen auf seiner Brust, also auch Kostüm und so weiter, das sieht einfach fantastisch aus. Das ist auch einfach geil gearbeitet und dieser, dieses Targaryen Wappen auf seiner Brust ist golden, gülden, wenn ich mich nicht irre. Ich war später in einer Szene, dachte ich mir, oh, das sieht auch irgendwie nach Silber aus, aber hier sieht es schon sehr nach Gold aus. Es würde passen, weil das, der Drache von ihm, Sonnenfeuer. Weil Gold ist teuer. Gold ist teuer. Sunfire, also Sonnenfeuer, wie haben wir den genannt? Feuersöhnchen? Feuersohn ist golden, also das ist ja immer das Ding, der schönste Drache von allen. Er leuchtet Gold und so weiter und später wird auch so ein bisschen das Wappen der Grünen, wird dieser goldene, dieses goldene Targaryen-Logo. Ja. Also das nur so als Hinweis, das sieht man ja auch schon in dieser Folge überall. Ähm, Alicent bittet Aegon, dass er den Ratschlag der Hand, also von seinem Opa Otto, zurückweist, nämlich, dass Rhaenyra gekillt werden soll. Wir dürfen nicht herzlos und grausam sein. Genau. Und Aegon fragt, liebst du mich? Das ist die beste Antwort aller Zeiten. Sie sagt nicht ja. Dummkopf. Dummkopf. Dummkopf du. Ja. Äh, genau. Da kann man ja aber durchaus noch die Frage stellen. Es ist ja überhaupt nicht Usus, also überhaupt nicht üblich, dass, ähm, ich find's geil, dass ich grad das Wort Usus benutzt hab. Es ist ja überhaupt nicht üblich, dass, ähm, Aegon in der Drachengrube gekrönt wird. Auch das wird zumindest im Buch erklärt. Warum? Weil das ist ja gar nicht, also er ist ja quasi der erste König, der in der Drachengrube gekrönt wird. Der Hintergrund ist, dass die Grünen sich, ähm, durchaus vor ihren Feinden schützen wollen. Und mit den dicken Wänden, hohen Bronzetoren und einem starken Dach sei die Drachengrube gut zu verteidigen. Ja, sonst können ja irgendwelche Sniper den, ähm, Aegon abschießen. Genau. Und damit wechseln wir zurück in die Straßen des Flohlochs oder, äh, von Königsmund vielmehr. Genau. Jetzt checkt Rhaenys, dass sie zur Drachengrube getrieben wird und freut sich, weil da ihr Drache ist. Ja. Und, ähm, es gibt auch ein Funfact, es ist schon mal, äh, es gab schon mal ein großes gesellschaftliches Ereignis in der Drachengrube. Und zwar als Roga Baratheon, äh, Alyssa Velaryon vor 40.000 Menschen geheiratet hat. Mhm. Aber sonst ist in der offiziellen Lore nix bekannt. Ja, ganz genau. Was noch stattgefunden hat. Und vielleicht noch der Hinweis, im Hintergrund sind deutlich, äh, Glocken zu vernehmen. Ja. Also die, äh, der Tod des Königs wird hier bereits kommuniziert. Und dann kommen wir zur letzten Szene dieser Folge. Fandst du aber auch gerade am Eingang, wenn sie da reingeht, dass das CGI und die Hintergründe teilweise echt nicht gut aussehen? Ja, fand ich schon. Definitiv. Ich hab noch versucht, die, ähm, die Schriftzüge zu entziffern, die oben auf der Drachengrube beim Eingang standen. Das sind halt Buchstaben wahrscheinlich in irgendeiner valyrischen Schrift. Wobei auch die Schrift sich ja, also die gibt's ja sowohl in, äh, in Game of Thrones immer, weil man in Essos ist, in Buchstaben, irgendwie normalen lateinischen Lettern. Kill the Masters. Kill the Masters. Äh, aber es gibt ja auch, ähm, äh, also eigentlich wird immer davon gesprochen, dass die Schrift irgendwie so Glyphen sind oder so. Ich konnt's gar nicht erkennen. Online nix gefunden. Keine Chance, das zu entziffern. Ey, da steht Feuer und Blut, Punkt. Ich weiß es. 100 Prozent, ja. 100 Prozent, ja. Hier wohnen die Drachen, Feuer und Blut. Ich dachte, vielleicht Drachen und Grube, also Dragon und Pit, hätte ich noch gedacht, vielleicht. Oder vielleicht irgendwas so in Awesome, also, ne, so irgendwie sowas, so, 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 was, ähm, so eine Metapher für Grube. Ach so. Ah, nee, Haus der Drachen. Haus der Drachen, Drachenhort, sowas meinst du, ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, alle ... Nicht Drachenschanze. Nicht Drachenschanze. Was war denn das? Ach so, ja, das war, ach sorry, ich musste grad nochmal überlegen, was das war. Äh, ja, alle werden in die Drachengrube getrieben, die ist sehr gut gefüllt. Ähm, hier, auch hier sind sich die Quellen in Feuer und Blut nicht einig, also Mushroom-Pilz behauptet, dass die Drachengrube nur zur Hälfte gefüllt sei. Man muss aber immer auch dazu sagen, gerade in diesem Teil hier kann man Pilz eigentlich nicht vertrauen, weil der hockt eigentlich bei, in Drachenstein bei Rhaenyra und schreibt halt von Dingen, die hinter verschlossenen Türen im grünen Rad und so passieren. Also das ist immer so absurd, so, ne? Ja. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, hier passen, in diese Drachengrube passen 80.000 Menschen rein. Das ist so viel wie das Westfalenstadion in Dortmund, nur so als Hinweis. Okay. Westfalenstadion heißt auch wie, Jonas? Was ist der offizielle Name des Westfalenstadions? Äh, 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 The Pit. The Pit? Auch geil, der Signali-Duna-Park. Ähm, angeblich waren's sogar über 100.000, schreibt dann Septon Constance. Wobei man, also das sind halt diese ... Ich hab gedacht, du warst noch beim Westfalenstadion. Nee, nee, nee. Aber man muss halt dazu sagen, dass Septon Constance, den wir ja gleich auch sehen werden, was mich sehr gefreut hat, immer so derjenige ist, der sehr auf der Seite der Grünen ist. Und immer wenn's darum geht, irgendwie gegen Rhaenyra zu schießen, der auch sehr kritisch eingestellt ist. Ja, und der hat das immer abgeschwächt, so mit, ne, die Grünen, ne? Er war zwar bei einer Mätresse, aber die war von einem reichen Händler. Er war immer so noch so ein bisschen frömmer. Ja, ja. Er war quasi so das Gegengewicht zu Pilz. Ja, das stimmt. Otto setzt zur Rede an und berichtet vom Tod des Königs, nennt ihn auch hier Viserys den Friedvollen und Aegon soll auf ihn folgen, sein ältester Sohn. Und nach anfänglicher Skepsis applaudieren alle und finden das gut. Um es mit den Worten von Senatorin Amidala zu sagen. Und so geht die Freiheit zugrunde. Mit donnerndem Applaus. So nämlich. Die Goldröcke bilden eine Gasse und schubsen die Meute recht rabiat zur Seite. Fanfaren erklingen, die Schwerter werden ausgebreitet. Ist dir diese Fanfare, also diese Melodie, ist dir bekannt vorgekommen? Nee. The King's Arrival, das wir auch schon gehört haben bei Viserys, als er in den Thronsaal kommt. Oder halt Robert Baratheon in der allerersten. Ja, absolut. Sehr cool. Hinter der Königsfamilie ist das goldene Wappen von Aegon, das ich eben erwähnt habe. Alicent gibt ihrem Sohn, ja. Es gibt noch ein Jonas-Mark-Kohle-Gegeschehen in House of the Dragon. Ja, schieß los. Ist dir der Thron im Hintergrund aufgefallen? Ja, natürlich ist der mir aufgefallen. Der Thron, auf dem Jay Harris im Jahr 101 im großen Rat von Hachenhall drauf gesessen hat. Absolut. Alicent gibt ihrem Sohn einen Kuss auf die Stirn und ich hatte langsam das Gefühl, dass sich Aegon so langsam erst richtig heimisch fühlt oder akzeptiert in irgendeiner Form. Der ist auch so ein bisschen verdattert noch, als er da durch die Menge durchschreitet. Selbst Otto, sein Opa, nickt ihm zu. Es ist, als habe Aegon endlich sein Glück gefunden. Ein Septon, nämlich Septon Constance, auf Englisch Septon Eustace, salbt ihn mit den heiligen Ölen, die du eben erwähnt hast und segnet ihn in den sieben Namen Gottes. Es gibt eigentlich auch einen hohen Septon, aber der hockt in Alsace und ist angeblich zu alt und zu gebrechlich, um da hinzukommen. Ja, und wir sehen wirklich eine der Quellen aus Feuer und Blut hier in Game of Thrones, in House of the Dragon. Und ich hoffe immer noch, dass wir in irgendeiner Form auf dieselbe Weise so nur für uns, so die meisten checken es nicht, aber einfach noch Mushroom irgendwo sehen. Das wurde doch jetzt bestätigt, dass er genau dieser eine Mann war auf der Hochzeit, der da getrommelt hat oder sowas? Das wurde bestätigt? Ja, dass das quasi so ein Wink auf ihn sein soll. Okay. Ja, aber dann will ich doch noch ein bisschen mehr. Ja, ich will auch noch ein bisschen mehr. Ja, ich verstehe es ja, aber auch, warum der rausgelassen wird. So ein kleiner, der ist ja auch, glaube ich, kleinwüchsig, wenn ich bin, ich irre, und hat so ein Riesenglied, was er immer selber behauptet. Dass man halt sowas Albernes nicht in so eine ernste, erwachsene, düstere Serie bringen will, ist irgendwo verständlich. Ey, macht eine Animationsserie zu dem. Oh Gott, das wäre irre, auf jeden Fall. Ähm, genau. Rhaenys schleicht sich herunter derweil, nachdem die erstmal zuguckt. Wie, warum funktioniert das? Wie funktioniert das? Ist die Drachengruppe nicht quasi die Schatzkammer der Targaryens? Wird das nicht bewacht von irgendwem? Das fand ich so ein bisschen merkwürdiger im Vergleich. Das ist durchaus richtig, ja. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab mich auch die ganze Zeit gefragt, wo die anderen Drachen sind. Also, das wird ja auch einfach hier komplett, also, die sind da irgendwo da drunten, unten und machen. Ja, denen ist das egal, was da passiert. Ja. Ähm, ja, und Rhaenys holt die Bestie unter den Brettern, wie Helena so schön, äh, prophezeit hat. Helena. Aber davor passiert, hatten wir nicht schon, dass er gekrönt wird von Christon? Das kommt jetzt. Ah, okay. Achso, also, du meinst, ich hab gedacht, du wirst jetzt schon vorgreifen, sie holt jetzt? Nee, 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 nee. Sie holt die Bestie, okay. Genau, sie plant, die Bestie zu holen unter den Brettern und Sir Christon kraut, legt Aegon die Krone des Eroberers auf den Kopf und Aemond blickt neidisch herüber und, äh. Ja, Christon hat jetzt quasi seinen, ähm, Spitznamen bekommen, weil er heißt ja Christon Königsmacher. Kingmaker. Ja, aber, ähm, das ist natürlich noch, in den Büchern ist es noch ein bisschen anders. Also, ich glaube ja wirklich, dass die Serie auf dieses Kingmaker-Ding komplett pfeifen wird. Ja, ich glaube, der einzige Wink, dass er der Königsmacher ist, ist, dass er ihn krönt, weil er ihn zum König macht. Aber, äh, genau, in den Büchern wird's ja so erzählt, dass, ähm, Aegon will sich ja nicht zum König krönen lassen. Ähm, der würde halt, ähm, was ... Ja, genau, es ist ja Christon, der ihn überredet, überhaupt. Christon überredet ihn, äh, er sagt ihm, äh, quasi so komplett frei heraus, ähm, wenn er sich nicht krönen lassen wird, wird Rhaenyra ihn und seine Brüder hinrichten lassen. Ja. Und, äh, Zitat, solange, äh, noch ein ehelich geborener Targaryen lebt, darf kein Kraut hoffen, je auf dem eisernen Thron zu sitzen. Rhaenyra bleibt keine andere Wahl, als euch und eure Brüder zu enthaupten. Also, stimmt, Kraft. Nicht Kraut. Rhaenyra bleibt keine andere Wahl, als euch und eure Brüder zu enthaupten, wenn sie es ihren Bastarden ermöglichen will, nach ihr auf den Thron zu gelangen. Das heißt, Christon Kraut hat eigentlich in den Büchern eine viel wichtigere Rolle als hier. Absolut, ja, haben wir eben auch schon erwähnt. Der Typ, der einen Adligen auf einer Hochzeit erschlagen hat, der von, ähm, der zum Lordkommandanten der Königsgarde ernannt wurde, obwohl der das überhaupt nicht verdient hat, der krönt jetzt den König. Der Rhaenyra gepimpert hat. Ja. Das ist doch der blanke Hohn. Ich muss auch ehrlich, ehrlicherweise sagen, ich finde, also nicht, jetzt mal unabhängig davon, dass ich mir die Figur Christon Kraut immer ganz anders vorgestellt habe. Ich habe mir den immer sehr viel reservierter, sehr viel ruhiger, sehr viel gefährlicher und sehr viel kontrollierter vorgestellt. Vielleicht auch ein bisschen älter zu dem Zeitpunkt. Vielleicht ein bisschen älter. Ich habe mir den immer so ein bisschen mit so einem Touch Tywin vorgestellt, muss ich mir gleichzeitig überlegen. Auch, dass er der Königsmacher ist, etwas, so jemand, der im Geheimen agiert. Er überredet Aegon, das zu tun, was Otto und Alicent nicht geschafft haben. Ja, absolut. Und ich muss sagen, dass sich diese Figur Christon in der Serie gerade noch, also ich finde das nicht so, mich hat das nicht so gecatcht. Ich finde auch das Schauspiel von Fabian Frankel nur bedingt gut. Ich bin wirklich nicht begeistert. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also so Miseria und Sir Christon sind für mich so zwei Figuren, die wirklich nicht gut umgesetzt werden. Ich fand Sir Christon am Anfang vor allem sehr gut. Also gerade noch in der Freundschaft mit Rhaenyra und sowas, wo er noch so ein bisschen naiver war, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich finde, das hat er irgendwie in der Serie nicht so abgelegt. Nee, absolut nicht. Ich hätte da auch ein bisschen mehr Figurenentwicklung irgendwie. Ja, ein bisschen smarter. Ja, aber gleichzeitig muss ich halt auch sagen, bevor ich jetzt irgendwie hier als Hater abgestempelt werde, ganz, ganz, ganz viele anderen Figuren und die sind halt deutlich in der Überzahl, finde ich dafür ganz großartig gelungen in der Serie. Von Viserys über Otto bis hin zu Rhaenyra oder Daemon oder Corlys und wen auch immer. Also das sind alles wirklich großartig umgesetzte Figuren. Miseria und Christon meiner Meinung nach nicht. Aber ja, Aegon kniete nieder als Aegon und steht auf als Aegon der Zweite. Also Aegon, Zweiter seines Namens, König der Andalen, der Rhäuner und der ersten Menschen, Herr der Siebenkönigslande und Beschützer des Reiches. An dieser Stelle verzichten wir mal darauf, das wieder alles aufzurollen und zu erklären, was Rhäuner und erste Menschen sind. Haben wir an anderer Stelle schon oft genug gemacht. Das sind so die Menschen, also die ursprünglich die Königslande ausmachen. Du wolltest es nicht sagen, jetzt sagst du es doch. Es ist auffällig, um da direkt wegzukommen, dass Helena komplett wegguckt, finde ich. Und auch Aemon kann nicht hingucken, der guckt so stur gerade aus. Alle knien nieder, aber viele feiern es auch nicht. Also im Buch wird immer erwähnt, dass viele auch verdutzt sind und für Königin Rhaenyras einstehen. Die Mehrheit der Leute ist einfach still und argwöhnisch und zwischendurch hört man auch so Rufe nach der Königin. Genau, also selbst das Volk ist gespalten zwischen Schwarz und Grün. Und ich habe auch das Gefühl, dass Aemon erst in diesem Moment, wo er diesen Beifall hier jetzt bekommt, erst wirklich so merkt, oh vielleicht ist das doch gar nicht so scheiße, König zu sein. Das ist wahrscheinlich das allererste Mal in seinem Leben, dass er überhaupt Anerkennung bekommt. Ich meine, das hat er ja von seinem Vater anscheinend nicht bekommen, von seiner Mutter auch nie. Die hat ja quasi immer nur angeschrien, sei ein guter König. Ja, und deswegen jubelt er und zieht Schwarzfeuer und regt es in die Luft. Und dann setzen die Credits ein und die Folge ist zu Ende. Nicht. Nicht, ich wünschte, es wäre so gewesen. Stattdessen bekommt sie einen Twist, der mich leider mehr an Staffel 8 erinnert hat als an House of the Dragon. Ich stehe dieser gesamten Szene und allem, was jetzt passiert, extrem kritisch gegenüber und möchte das auch alles begründen und auch darauf eingehen, was die Schauspielerin von Rainey's, als auch die Autorin, als auch die Showrunner gesagt haben, damit ich einfach nicht d'accord bin. Ich muss sagen, dass ich auch kein großer Fan bin von dieser Szene. Ich bin natürlich, ist klar, warum die das gemacht haben. Die wollten das mit einem großen Paukenschlag beenden, die Folge. Ist ja eine neunte Folge. Ja, aber es hat natürlich, birgt sehr viele Probleme. Okay, lass uns im Detail durchgehen. Rainey's reißt mit Malaria ihrem Drachen den Boden auf. Damit ist es schon mal das Massaker von Rainey's. Denn bei diesem Akt dürften Tausende sterben. Mindestens Hunderte, wenn nicht da Tausende. Mindestens Hunderte, eher Tausende, wenn man bedenkt, dass da angeblich gerade über 100.000 Menschen sind und das ist ein beträchtlicher Teil, den sie da unter sich versenkt. Also wie sie quasi diese ganzen Menschen wie Wespen auf Obst tötet. Wie Wespen auf Obst. Natürlich wird auch so ein bisschen erzählt und das sagt auch die Autorin dieser Folge. Den Adeligen ist das Fußvolk halt egal. Gut, Rainey's hätte auch warten können und Malays irgendwie später, Malays, Malays, Malaria, wie ich nenne es Malaria, mitnehmen können. Ich bin nicht dabei, ich sehe das nicht ein, dass man einfach sagen kann, die Zivilisten zählen nicht. Aber ich finde, das fängt auch schon ein bisschen davor an. Ich meine, das ist eine Drachengrube, das ist quasi ein Gebäude, das dafür gebaut wurde, diese Drachen zu beinhalten. Ja. Warum lässt sich dieses Gebäude so einfach durch Drachen zerstören? Das ist eine gute Frage, ja. Also ich meine, das ist ja auch Stein. Seit wann können Drachen auch so krass durch Stein durchbrechen? Den Aspekt habe ich noch nicht mal überlegt. Ich habe mich eher auch gefragt, wo ist Sonnenfeuer zu diesem Zeitpunkt? Es wird ja auch erzählt, dass es ja diese Drachenreiter-Drachen-Verbindung gibt. Warum wird er nicht alarmiert, wenn sein Gebieter, sein Drachenreiter angegriffen wird? Genauso mit Eamon und Veigar theoretisch, ne? Absolut. Gut. Ähm, ja, also das ist halt, es ist, ihr wusstet, wie mächtig Rhaenys ist und wie wichtig sie und ihr Drache für die Schwarzen sein könnten. Habt sie aber laufen lassen und jetzt passiert das. Auch obwohl Erik halt vorher sagt, boah, in der Drachengrube wird dich jeder erkennen und man wird dich nicht reinlassen, was ja auch schon Bullshit ist. Ähm, hat übrigens auch eine Rüstung an, fand ich auch witzig, also sie hat unten noch Zeit gehabt. Eine Spare-Rüstung. War wahrscheinlich irgendwie bei dem Drachenversteck, hat sie noch schnell angezogen. Die Menschen fliehen, Rhaenys stellt sich vor die Königsfamilie, man wartet auf einen Dracarys. Ähm, ja, sie hätte mit einem Wort sehr viel Leid und Zerstörung in Westeros verhindern können, nachdem sie da schon Tausende gerade mit ihrer Aktion getötet hat. Ähm, steht übrigens alles gar nicht im Buch, alles mit Rhaenys und diese ganze, alles, was hier gerade passiert, steht nicht im Buch. Da wird Aegon einfach gekröht und fertig. Fliegt dann noch so ein bisschen mit seinem Drachen und mit Helena und mit Dreamfire, also Träumchen rum und das war's dann. Ähm, ich sehe das genauso wie du. Hier wurde ein Spektakel eingebaut, das meiner Meinung nach nur bedingt Sinn ergibt. Ich meine, ja, es ist schon so, man kann das begründen, man kann schon irgendwie erklären, warum sie gerade nicht Dracarys sagt. Ich möchte dazu mal die Darstellerin Eve Best selbst zitieren. Sie hat geschrieben, äh, oder gesagt in einem Interview, es ist der Moment, in dem sie sich als die größtmögliche Herrscherin erweist. Das liegt daran, dass sie intelligent ist und sich am Ende dafür entscheidet, das Richtige zu tun, nämlich nicht zu zerstören. Sie hat so viele Verluste erlitten und der Drang nach Zerstörung ist so stark. Und doch ist die Entscheidung, nicht zu zerstören, die stärkere. Das ist das Zeichen von Größe und ein wirklich inspirierender Moment. Und ich dachte mir, hast du Lack gesoffen? Sie entscheidet sich nicht zu zerstören, nachdem sie da Tausende getötet hat? Nach der Aktion gerade? Ja. Und vor allem, also wie gesagt, ich bleib dabei, George R. R. Martins Figuren werden immer auch daran, gerade die Adeligen werden immer daran gemessen, auf welche Weise sie mit dem Fußvolk umgehen und wie empathisch sie sind und wie gefühlvoll und so. Und wenn dann mir die Autorin sagt, ja, Civilians don't count in Game of Thrones, dann ist das für mich ... Das ist dann so wie dieser Moment, somehow they forgot. Genau, genau. Da habe ich halt das Gefühl, Wahnsinn, also wir haben auf jeden Fall unterschiedliche Bücher gelesen, weil ich verstehe das, also auch unterschiedliche Serien gesehen. Denn ich verstehe die Intention von George R. R. Martin ganz, ganz anders. Und einfach zu sagen, die zählen nicht, die haben keine Bedeutung, das finde ich schon wahnsinnig, wahnsinnig traurig. Und vor allem auch im ... alles, was George R. R. Martin auch in Feuer und Blut auch zu dieser gesamten Szenerie beschreibt und alles, was hier passiert und den Kampf der Schwarzen gegen die Grünen, es geht dabei sehr, sehr wohl auch um das einfache Volk. Weil George R. R. Martin eben erzählt, wie so die Triebe und die Lüste der einzelnen Wenigen halt sich auf das gesamte Reich übertragen und was das für immense Konsequenzen hat, genau darum geht's. Ja. Es gibt sehr, sehr viel, also die zählen sehr, sehr viel. Maris sagt ja auch, dass sie, ne, sie will das Rad brechen, sie will das nicht stoppen. Und dieses Rad, das auch halt, ne, die einfachen Leute unter sich begräbt. Absolut. Ich hab natürlich auch, ich hab mir das eher so, für mich wurde das so erzählt. Und dass sie die nicht tötet, also quasi jetzt hier die Grünen, weil sich ja auch Alison schützend vor ihren Sohn stellt. Ja. Und sie quasi auch nicht einer anderen Mutter quasi so den Sohn töten will, was halt ihr passiert ist. Ja. Nee, also dass es nicht passiert, gut, sei mal dahingestellt. Aber, ähm, dennoch, ich glaube halt, diese Szene wäre einfach nicht notwendig gewesen. Mhm. Aber gut, ähm, Steine fallen runter, das Ding ist, äh, kaputt und, äh, äh, Rainys verlässt auf dem Rücken von Malaria die Drachengrube. Möchtest du noch etwas zu der Szene sagen oder sollen wir zu unserem Fazit übergehen? Weil ich möchte mich genau darauf beziehen, was hier gerade passiert ist. Ja. Soll ich diesmal mit dem Fazit beginnen? Ja, komm, fang an. Sagst du es immer? Ja. Ähm, ich bin im Großen und Ganzen enttäuscht von dieser Folge, durchaus. Aber ich weiß, dass ganz viel von meiner Kritik daherkommt, dass ich das, alles, was hier passiert, mit dem Buch vergleiche. Also das weiß ich, dass das nicht fair ist. Und dass es eine Serie ist und ein anderes Medium, ein anderes Kunstwerk, das man gesondert betrachten sollte. Ich finde aber, dass gerade im Buch vieles, was passiert, einfach sehr viel mehr Sinn ergibt und plausibler und logischer ist. Ähm, ich hätte mich auch ohne das Buch gelesen zu haben bei einigen Stellen gefragt, so warum, warum? Was soll das alles? Also gerade wenn es zum Beispiel um Allisons Entscheidungen geht, ich finde, sie haben es geschafft, so eine der interessantesten Passagen und Feuer und Blut umzuschreiben und ein bisschen auch zu verbocken. Gerade dieser Teil, dass, ähm, der Plan der Grünen, der eine Woche lang da im Roten Bergfried geschmiedet wird und an dem gearbeitet wird, während Biserys Leiche unter Verstoß gehalten wird und verwest. Das habe ich, ich habe mich so sehr gefreut, das zu sehen. Ich dachte, boah, krass, das wird Leute schockieren und das wäre krass für eine neunte Folge. Stattdessen haben sie sich für etwas anderes entschieden, was ich aber auch nachvollziehen kann, nämlich Allisons zu vermenschlichen und sie ein bisschen komplexer zu machen. Dabei handelt Allisons manchmal etwas seltsam und unplausibel, wie ich finde, dass sie ihren Vater erst so spät durchschaut und dass sie ihn benutzt hat und das, äh, vielleicht hat sie auch einfach länger gebraucht, um das, um das ihm sagen zu können. Aber auch diese, diese, diese Rede an Rainys war auch ein bisschen schwierig, wie ich finde und, ähm, das, ja, also der gesamte Schlussteil, ich weiß nicht, ähm, das ist wieder mal hanebüchene Action und Spektakel, die nur bedingt Sinn ergibt, finde ich, auf Kosten der Figurenentwicklung. Ähm, ich hab immer wieder mal das Gefühl, dass es so ein, zwei Hirnfürze gibt, die so alle paar Folgen mal einsetzen. Das sind immer, immer dann, wenn sich das so sehr weit vom Buch entfernt, das halt komplett plausibel ist, von vorne bis hinten. Ähm, es fühlt sich so ein bisschen an, als müsste die Serie unbedingt diese großen Game-of-Thrones-Momente erzwingen. Ähm, ich mein, Sarah Hess, die Autorin, hat auch gesagt in einem Interview, dass es halt in Feuer und Blut viele Quellen gibt und dass man deswegen gar nicht weiß, was da wirklich passiert ist. Das stimmt in Details, gerade hinter verschlossenen Türen, aber in der Drachengrube sind über 100.000 Menschen. Also, dass man das irgendwie, also das nimmt so ein bisschen Feuer und Blut, die Glaubwürdigkeit, aber gut, ich find auch so ein, weitere Hirnfürze sind, dass Käpt'n Sauerkraut den Prinz der Küsse spektakulär auf dieser Hochzeitsparty tötet. Ähm, oder Damons Sieg gegen den Krabbenspeiser mit der weißen Flagge. Äh, Leynors Fake-Tod und so. Das sind so Momente, die hätte ich nicht gebraucht. Ich finde, die nehmen der Serie so ein bisschen die Qualität und ich würde jetzt diesen gesamten Schlussteil mit Rhaenys auch da durchaus hinzufügen. Ja. Ähm, ich hab ein bisschen die Sorge, und da warte ich jetzt noch die zehnte Folge ab, dass sie die Schwarzen gerade zu sympathisch und die Grünen zu unsympathisch machen. Ich habe sehr das Gefühl, dass das Augenmerk zu sehr auf Rhaenyra legt, weil eigentlich erzählt Feuer und Blut die Geschichte von zwei Seiten, die beide äußerst brutal und kaltherzig und rabiat sind und, äh, dass das gesamte Reich darunter leidet. Und ich hab das Gefühl, für die Serie wollen sie irgendwie eine Seite, mit der man sich besser identifizieren kann. Weiß ich nicht, ob das jetzt, also ich finde, sie sollten dringend die Waage mal wieder ins Gleichgewicht bringen. Ähm, ja, das Schauspiel von Mysaria und Sir Christon ist bei mir auch negativ im Gedächtnis behaftet. Auch dieser gesamte Bodycop-Teil, ähm, den hätte ich nicht gebraucht. Und nachdem ich all dieses Negative gesagt habe, möchte ich auch die Waage ins Gleichgewicht bringen. Ähm, ich finde, hier werden bereits einige interessante Samen eingepflanzt, die bald geerntet werden. Also, das ist, ähm, also meine Vorfreude wächst, auch wenn ich diese Folge schlechter finde, als alle acht davor. Das ist nämlich meiner Meinung nach die schlechteste Folge bisher in dieser gesamten Staffel. Nichtsdestotrotz ist meine Vorfreude immer noch immens. Ähm, ich finde, sie haben viele Figuren, die im Buch blass bleiben, weil sie nicht näher durchleuchtet werden, weil das Buch aber auch nicht dafür da ist, sie näher zu durchleuchten, weil es ja quasi ein Geschichtsbuch ist. Ähm, die werden hier vermenschlicht und vielschichtiger gemacht. Also, überhaupt diese Intention, die finde ich schon sehr gut. Ähm, musikalisch, Jamin Ravadi, und inszenatorisch ist das wieder einmal eine Wucht. Das ist wunderschön anzusehen. Die Szenen, also es gibt so viele Szenen, die sich auch bei mir ins Gedächtnis brennen werden, wie den Kinder Fight Club oder, äh, weiß ich nicht. Da gibt es wirklich einige Szenen. Und ich finde immer noch, dass diese Serie unglaublich ist. Ich finde sie mega, mega geil. Ähm, wie gesagt, für mich ist das nur mit Abstand die schlechteste Folge bisher. Aber auch nicht schlecht. Also, ich gehe mit vielen Szenen und Entscheidungen halt nicht d'accord. Ich sag einfach mal so sechs von zehn. Sechs von zehn. Okay. Ja, sorry fürs Gelaber, aber ich übergebe an dich. Das war mal ein Fazit. Ja. Ich kann vieles davon unterschreiben. Ich bin auch enttäuscht. Einerseits, ne, weil es natürlich eine neunte Folge ist, wenn wir da immer besondere Erwartungen haben. Da bin ich natürlich selber dran schuld, dass ich mir die Erwartungen so selber mache. Ähm, aber halt auch, weil es in den Büchern einfach so extrem krass ist. Ja. Da bin ich ja natürlich auch selber schuld, weil ich halt die Bücher gelesen hab. Ja. Aber wir vergleichen ja halt auch immer Bücher mit Serien. Und es gibt so viele Momente, wo diese Serie auch die Bücher überflügelt hat. Ja. Ähm, genau. Wenn es jetzt halt beim Grünen Rad leider nicht so der Fall war. Ähm, ich fand grad die Inszenierung am Anfang wieder extrem toll. Ja. Wie auch die Spannung im kleinen Rad aufgebaut wurde. War natürlich dann relativ schnell zu Ende. Ähm, und ich fand's auch interessant, dass im Prinzip, dass es so zwei Strömungen innerhalb von den Grünen gibt. Mhm. Was einfach nochmal das Ganze so ein bisschen größer macht. Und nicht einfach, ne, wir haben zwei Seiten, sondern innerhalb von diesen Seiten gibt's vielleicht auch noch so unterschiedliche Herangehensweisen. Konflikte. Konflikte, genau. Ähm, ich find auch Alison generell, ähm, einfach vielschichtiger und interessanter als in den Büchern. Weil sie einfach nicht diese, wir haben heute ein paar Zitate von ihr gebracht, weil es sie teilweise halt so gebracht hat. Mhm. Ich mein, das macht sie ja nochmal ein bisschen sympathischer. Und ich hoffe, dass, ne, was du auch gesagt hast, dass man vielleicht auch hier nochmal ein bisschen mehr das Augenmerk drauf legt, dass die Grünen jetzt nicht die absolut Bösen sind und die Schwarzen halt die Guten. Damit das halt jetzt nicht so eine einseitige Sache wird. Weil das ist ja die Stärke von Game of Thrones, dass du halt zwei Seiten hast, oft, und du willst eigentlich, dass beide nicht, äh, dass es beide nicht schlecht geht. Ja. Das ist ja so eine große Stärke. Ja, ja. Oder dass das halt diese Serien auch immer schaffen, so, ähm, schreckliche Figuren irgendwie dann plötzlich in so einem anderen Licht zu zeigen, wo dann denkst du so, okay, ich mag jetzt doch plötzlich Otto. Vielleicht kommt es ja noch, vielleicht gibt's ja noch diesen Moment. Wie bei Jaime. Ja, wie bei Jaime, bei Sander Clegane oder so. Ja. Ähm, genau. Aber natürlich, die großen Negativpunkte bei, bei dieser Folge. Dieses Ende mit Reynus fand ich zu konstruiert, zu abrupt. Ja. So aus dem Nichts. Äh, den Mittelteil mit der Suche nach Aegon fand ich einfach zu, zu kleinteilig und zu gewollt. Und auch, dass jetzt Mizaria nochmal irgendwie mit reingeworfen wurde, das fand ich einfach so viel zu kompliziert gemacht. Ja. Und diese Buddy-Cop-Komödie hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Ich fand das einfach weird. Und, ähm, dieses plötzliche Umschränken von Aegon, dass das Königtum jetzt doch nicht so schlecht sein soll, das fand ich so ein bisschen zu schnell. Also, mir fehlt da noch so ein bisschen die Motivation. Ja. Ähm, ich fand, das war irgendwie nicht so, nicht so hinreichend erklärt, wie halt in den Büchern, wo dann Christian Kraut ihm klar macht, hey, das wird so passieren. Klar, das wird schon in früheren Folgen auch von, äh, Alicent gemacht, von seiner Mutter. Aber, ne, ich mein, da hat man ja da gesehen, äh, daraus ist ja nichts geworden. Ja. Ähm, und, ja, deshalb, ich kann, ich kann dir leider auch nur beipflichten, ich fand das bisher auch leider die schlechteste Folge. Aber es ist natürlich immer noch besser als vieles andere, deshalb, das ist Meckern auf hohem Niveau. Auf höchstem Niveau, ja. Ja, und, ne, ich mein, unser Herz schlägt für diese Serie, ist ja auch klar, dass wir dann, äh, immer noch ein bisschen kritischer werden, wenn's uns nicht gefällt. Absolut, ja. Verrückt, dass es die neunte Folge ist. Und was gibst du von, von null bis zehn? Ah, ich hätte jetzt vielleicht so eine sieben. Sieben? Ja, ist doch wunderbar. Ich meine, die letzte Folge war für mich eine zehn. Ja, für mich auch. Wobei meine, ja gut, nee, wir reden auch noch über die gesamte Staffel, abonniert Cinema Strikes Back, denn wir haben ja sechs Zusatzfolgenbesprechungen. Nächste Woche ist das Finale da, also verratet allen euren Freunden und eurer Familie, dass sie diese Folgenbesprechungen hören sollen, unbedingt. Und wenn ihr auf YouTube zuguckt, verlinken wir euch hier im Bild auch noch das neueste Video von unserem Funk-Kollegen Phil Laude. Das ist immer sehr witzig, schaut euch das unbedingt an. Und ihr habt eure Folgenbesprechungen zu Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht, fertiggestellt. Da kommt natürlich noch ein bisschen was besonderes Zeug obendrauf. Aber die letzte Folgenbesprechung zum Finale der Serie, der ersten Staffel, die findet ihr hier. Und ja, ich guck schon mit einem trauernden Auge auf das, was nach House of the Dragon. Da können wir uns nicht jede Woche auf eine neue Folge freuen. Aber mal schauen, ja, schreibt uns gerne auch in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet und ob wir irgendwas übersehen haben. Und ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Vala Morghulis. Vala du Herris.